Herzlich willkommen zur Veranstaltung im Rückwärtsgang durch Europa zur Stimmungsmache gegen Feminismus, Vielfalt und reproduktive Rechte. Mein Name ist Christina Schildmann. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung, auch im Namen unserer Abteilungsleiterin Luise Rürup und insbesondere im Namen meiner Kollegin Susanne Jabbat. Ich suche die Art dort, die mit mir den Bereich Gender- und Familienpolitik zusammen betreut und natürlich Sebastian Scheele, wo sehe ich ihn? Ah, da ist Sebastian vom Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der TU, dem wir zum einen die Idee für diese Veranstaltung verdanken und der auch inhaltlich diese Veranstaltung maßgeblich mitgeprägt und mit vorbereitet hat. Dafür ganz herzlichen Dank. Darum machen wir diese Veranstaltung hier und was haben wir uns vorgenommen heute? Uns interessiert das Zusammentreffen gleich mehrerer Ereignisse beziehungsweise Bewegungen, die wie uns scheint in einem inneren Zusammenhang stehen. Wir wollen also versuchen, eine Art Puzzle zusammenzusetzen heute. Wir haben vier Puzzleteile, zu denen gleich noch was sagen werden und wir wollen nachher besser verstehen am Ende dieser Veranstaltung, was ist gerade los in Deutschland und in Europa. Ein Puzzleteil ist eine neue Partei oder die neue Partei auf der politischen Bühne, die als Anti-Europa-Partei angetreten ist, aber längst keine Single-Issue-Partei mehr ist. Wir befassen uns mit ihr intensiver, seit es sich abzeichnete, dass diese Partei ins Europaparlament einzieht, was sie ja dann auch getan hat mit nicht unerheblich hoher Stimmzahlen. Uns in der Arbeitseinheit Familie und Geschlechterpolitik interessierten weniger die europapolitischen Positionen, Euro-Ausstieg etc., sondern uns interessierte, das liegt in der Natur der Dinge, natürlich die Familien- und die Gleichstellungspolitik. Und die hat es in sich, wie wir gleich sehen werden. Die Wahlergebnisse in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, ich bin immer noch dabei, sie zu verarbeiten, zeigen, die AfD ist keine Eintagsfliege, sondern ein ernstzunehmender Faktor im politischen Spektrum auf allen Ebenen, Europa, Bund, Land. Ich glaube, das muss man gar nicht kleinreden, das ist einfach eine Tatsache. Landtagswahlen gewinnt man nicht mit Europathemen, das hat die Alternative für Deutschland auch verstanden und darum in den Landtagswahlkämpfen sehr stark auf zwei andere Themen gesetzt, Familienpolitik und Gleichstellung. Die Positionen sind radikal, kann man vorsichtig sagen. Es wird da die Drei-Kind-Familie beschworen, Gender-Mainstreaming wird zu staatlichen Gehirnwäsche erklärt und die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen zur Disposition gestellt. Die programmatische Verschiebung von der AfD, der AfD von der Anti-Europa-Partei zur Anti-Gender-Partei hat für uns der Soziologe Andreas Kemper schon vor der Wahl zum Europäischen Parlament im Auftrag unserer Stiftung in der Studie Keimzelle der Nation? herausgearbeitet. Diese Verschiebung, die ich meine, geschah damals noch im Windschatten der Debatte über den Euro-Ausstieg bzw. die Euro-Rettung. Die Positionierung befand sich damals noch in der Findungsphase, kann man sagen. Sie war überhaupt gar nicht einheitlich, was diese beiden Themen Familie und Gleichstellung betrifft. Und viele auch prominente Mitglieder sind damals, als ich das klärte, auch ausgetreten, weil sie sich dort einfach nicht mehr wiedergefunden haben. Uns haben damals besonders zwei Verbindungslinien interessiert. Und zwar zum einen die personelle und inhaltliche Überschneidung mit radikalen Abtreibungsgegnern und der AfD. Und zweitens, weil damals in Baden-Württemberg, Sie erinnern sich sicherlich, gerade die Proteste gegen den Bildungsplan der rot-grünen Landesregierung hochkochten, interessierte uns die Frage, wie ist hier die AfD involviert? Und man kann sagen, sie spielte keine Nebenrolle, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen. Die Studie liegt aus, also diese erste Folge der AfD-Studie draußen, das ist dieses blaue Heft. Das können Sie gerne mitnehmen. Die zweite ist jetzt in Arbeit bzw. fast fertig. Andreas Kemper hat sich jetzt nun als zweite Etappe nach der Europawahl die Entwicklung der AfD vorgenommen und sich zum einen die Rolle angeschaut, die die AfD im Europaparlament spielt, wie vernetzt sie sich, was sind die Positionen und so weiter. Und zum anderen auch mal geguckt, wie die AfD sich in den jüngsten Landtagswahlkämpfen, den drei genannten, positioniert hat. Das liegt jetzt erst gerade kurz zurück, deswegen sind wir noch nicht völlig fertig geworden. Die Studie wird in den nächsten Tagen finalisiert und wir werden sie auf jeden Fall per Mail benachrichtigen, wenn sie ganz fertig ist. Aber erste Einblicke werden wir gleich schon von Andreas Kemper dankenswerterweise erhalten und Sie können ihn natürlich auch noch vieles fragen im Anschluss. Der aktuelle Anlass dieser Veranstaltung ist eigentlich das zweite Puzzleteil. Der sogenannte Marsch für das Leben der radikalen Gegner reproduktiver Rechte, der hier am kommenden Samstag stattfinden wird, in Berlin inklusive Gegendemum. Wir werden dazu noch mehr hören. Der Marsch für das Leben gewinnt von Jahr zu Jahr mehr Zulauf und wir finden, das ist ein Phänomen, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten und müssen und auch wollen. Das ist keine rein nationale, es ist eigentlich überhaupt keine nationale Bewegung, wie die europäische Bürgerinitiative One of Us zeigt, die in die gleiche Richtung zielt, also gegen reproduktive Rechte, ganz trickreich verbunden mit dem Thema Stammzellenforschung. Knapp zwei Millionen Menschen unterschrieben diese Petition, das ist gewaltig. Die Kommission lehnte es ab, sich damit zu befassen aus Gründen, aber natürlich konterten sofort die Aktivistinnen oder Petitionen, Aktionssteller, wie hält man es in Brüssel eigentlich mit der Demokratie. Also eine Startvorlage dafür zu sagen, Brüssel ist undemokratisch, das Argument kommt uns sicherlich bekannt vor. Wir werfen in dem Zusammenhang auch einen Weg nach Spanien, das kurz davor stand, die reproduktiven Rechte von Frauen erheblich einzuschränken. Es ist dann offensichtlich doch nicht dazu gekommen. Dazu wird uns auch gleich Kirstin Achtelig etwas berichten. Interessant fand ich, wie der Justizminister seine Verschärfung dieses Plans des Rechtes Begründeten oder die Verschärfung der Abtreibungsregelung. Er sagte, das ist das fortschrittlichste Projekt, das ich je in Angriff nahm. Es ist ein interessantes Fortschrittsverständnis. Und jetzt zum dritten Puzzleteil, Blickpunkt Baden-Württemberg. Stein des Anstoßes war da, wie gerade gesagt, der Entwurf der dortigen rot-grünen Landesregierung für den Bildungsplan 2015, der vorsah, dass sexuelle Vielfalt in der Schule thematisiert werden sollte. Die Reaktion war für viele unerwartet heftig. Das Bündnis gegen diesen Bildungsplan, das da auf der Straße war, mehrfach war sehr, sehr breit. Konservative Fans sogenannter traditioneller Familienwerte, fundamentalistische Christinnen und Christinnen waren dabei, alte und neue Rechte mobilisierten, besorgte Eltern in Stuttgart, aber auch in Köln, Leipzig und München gab es schon diese sogenannten Demos für alle. Was da eigentlich los gewesen ist, hören wir gleich von Frauke Gützkum, die Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands der GEW ist und dort den Arbeitsbereich Frauenpolitik leitet. Die kann uns erhellen und einfach auch mal einordnen aus Gewerkschaftsseite, womit wir es da eigentlich zu tun haben. Und dann das vierte Puzzleteil Frankreich. Ein Beitrag des Deutschlandfunks bezeichnete das Phänomen, über das wir sprechen, als Tea Party in Frankreich. Kulturkampf um die Homo-Ehe hieß der Beitrag, wobei es hier längst nicht mehr nur um die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ging, denn die war ja ohnehin längst beschlossen und auch nicht mehr zu revidieren, glücklicherweise, sondern es ging auch um Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, es ging um das Recht auf künstliche Befruchtung für lesbische Paare und auch um Leihmutterschaft. Bei all diesen vier Phänomenen, um eine kleine oder die kleinsten, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu beschreiben, handelt es sich um basisdemokratische Bewegungen von rechts mit erheblicher Anflussfähigkeit in die Mitte und insofern relevant. Wir stellen also heute die Frage, wohin steuern die europäischen Gesellschaften eigentlich im Hinblick auf reproduktive Rechte und Vielfalt. Darüber wollen wir auf dem Podium gleich diskutieren mit zum einen Kirsten Achtelig, Pro-Choice-Aktivistin und Freijournalistin, mit Niel Data, Geschäftsführer des European Parliamentary Forum on Population and Development, wird uns gleich noch erklären, was genau das ist und mit Estelle Ferrares, sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Straßburg. Und moderieren wir dankenswerterweise Ines Pohl, Chefredakteurin von der Taz. Ich freue mich sehr auf diese Diskussion. Vielleicht auch hier einen kleinen Willkommensapplaus für die Diskussion. Zum Podium will ich nur wenig sagen, aber ein bisschen was zur Zusammensetzung. Es ist international, das freut uns sehr, dass uns das gelungen ist und wir danken natürlich auch für die Strapazen, die die internationalen Gäste unter anderem komplizierte Flügel, Frau Ferreres, auf sich genommen haben. Glücklicherweise sind sie alle da. Also wir ermöglichen den Austausch über Grenzen hinweg, sowohl geografischer Natur als auch fachlich. Wir haben im Vorfeld auch die Frage gestellt, warum eigentlich keine Gegner auf dem Podium? Warum keine Gegner? Wir haben gesagt, weil wir nicht pro und kontra Abtreibung diskutieren wollen. Wir wollen auch nicht pro und kontra Gleichstellungsplan diskutieren. Das ist heute nicht unser Thema. Wir wollen das Puzzle zusammensetzen, was ich gerade besprochen habe. Wir drücken uns nicht vor der Debatte, aber sie ist eigentlich nicht das, was wir heute planen. Wir wollen die PodiumsteilnehmerInnen fragen zu ihren Erfahrungen vor Ort. Was war denn da eigentlich los? Wie war so eine starke Mobilisierung überhaupt möglich? Aber auch, was waren die Gegenaktivitäten und wie erfolgreich waren sie oder waren sie erfolgreich? Und warum dieser Hass im Moment auf alles, wo Gender draufsteht? Was ist da los? Warum ist das so virulant? Und warum mobilisieren Themen wie Sexualerziehung, Abtreibung, Familienmodelle zurzeit dermaßen? Das interessiert uns. Wir wollen also wissen, eine Tiefenburg machen, was gärt in unserer Gesellschaft. Ich soll technische Hinweise noch geben und das mache ich jetzt als allerletztes. Und zwar diese Veranstaltung wird per Videostream übertragen. Das heißt, Sie sind auf diesem Videostream zu sehen. Das muss ich Ihnen mitteilen, falls Sie sich beteiligen und Sie sollten sich beteiligen, dann müssen Sie einfach wissen, dass Sie dort auf diesem Stream gesehen werden können. Wir haben das damit, man uns auch in Baden-Württemberg verfolgen kann, in Frankreich, in Spanien und in Brüssel vielleicht auch. Das läuft auf Deutsch und Englisch. Wir haben eine Kollegin Eva Ellereit, die wird die Moderatorin Ines Pohl so unterstützen, dass sie Fragen, die man per Videostream stellen kann, hiermit auf das Podium einspeist. Wir haben das, glaube ich, noch nicht in dieser Form gemacht. Wir probieren das mal und schauen, wie es funktionieren wird. Zur Übersetzung sollte ich sagen, Sie haben Kopfhörer, wenn Sie sie benutzen wollen. Die Debatte ist auch Deutsch und Englisch, hauptsächlich Deutsch, aber die internationalen Gäste sprechen Englisch. Wenn Sie also diese Kopfhörer benutzen möchten, steht hier überall auf Schildern. Ich glaube Kanal 1 ist Deutsch, Kanal 2 ist Englisch, aber vielleicht habe ich auch Unrecht. Sie können das dort nachlesen an den Zetteln an der Wand. So, was muss ich noch sagen? Ah, ich sollte auf jeden Fall auch noch sagen, dass wir gegen 20 Uhr die Diskussion öffnen für das Publikum und das waren eigentlich die wichtigen technischen Daten. Jetzt wird uns gleich Andreas Kemper seine zentralen Erkenntnisse zu den Familien- und geschlechterpolitischen Aktivitäten der AfD vorstellen. Direkt im Anschluss wird dann Frauke Gützko den Kommentar machen und auch nach Baden-Württemberg schauen und dann werden die Diskutantinnen und Diskutanten auf dem Podium Platz nehmen und dort loslegen. Ich wünsche uns also allen erfolgreiches Puzzeln und viel Erkenntnis gewinnen. Applaus Das wird jetzt keine Drohung sein mit dem Wasser. Ups Technik Technik Ja, ich danke für die Einladung. Ah, es geht los. Okay. Ja, ich bin Andreas Kemper. Ich bin Soziologe aus Münster. Zum Münster ist zu sagen, also gerade gestern ist ein Ratsmitglied aus der AfD zurückgetreten, weil er meinte, er hält das nicht mehr aus mit dem Rechtsrutsch innerhalb der AfD. Unter anderem hat die AfD in Münster gefordert, also die hat sich immer verweigert, wenn Kitas bezuschusst werden sollten, weil sie das nicht wollten. Also da ist die AfD ist halt nicht nur jetzt in Landtagen vertreten, sondern auch auf kommunaler Ebene und da passiert eigentlich genau das Gleiche auf kommunaler Ebene wie in den Landtagen. Es gibt halt einen Rechtsrutsch und die AfD wird gerade kenntlich. Die zeigt sich gerade, die zeigt ihr Gesicht. Okay, ich werde jetzt die Studie vorstellen, also den zweiten Teil der Studie, der erste Teil, der liegt aus, da könnt ihr nachlesen. Ich werde allerdings auch auf den ersten Teil zum Teil eingehen, damit das Ganze auch verständlich bleibt. Informationen findet ihr auch auf meiner Website andreaskemper.wordpress.com. Ich habe mich auch künstlerisch betätigt. Gucken, ob ihr den Unterschied seht. Und zwar geht es darum, die Frauke Petry ist Landessprecherin in Sachsen. Nicht nur Landessprecherin, sie ist auch Vorstand, Bundesvorstand der AfD. Als Bundesvorstand der AfD wird meistens immer nur der Bernd Lucke gesehen, aber tatsächlich sind Konrad Adam, Frauke Petry und Bernd Lucke gleichberechtigte Vorstände. Also Frauke Petry ist tatsächlich auch Bundessprecherin, Spitzenkandidatin und Landessprecherin in Sachsen. Sie hat als Erste diesen Erfolg eingeheimst, eingeholt in Sachsen mit fast zehn Prozent. Mit diesen zehn Prozent war es dann auch für Thüringen und Brandenburg einfach halt nachzuziehen. Also in Brandenburg waren jetzt ja zwölf Prozent, in Thüringen 10,3 Prozent oder 10,2 Prozent. Frauke Petry hat kurz vor der Wahl gesagt, sie fordert eine Drei-Kinder-Politik, Drei-Kinder-Familien-Politik. Familien sollten halt aus reproduktiven Gründen, aus Gründen der Demografie, aus Gründen der Bevölkerungspolitik drei Kinder bekommen, sonst stirbt Deutschland aus und hat das verbunden dann noch mit einem Appell. Sie würde es gut finden, wenn es einen Volksentscheid geben sollte zum Schwangerschaftsabbruch, der sollte halt verschärft werden, damit eben mehr Kinder geboren werden. Sie hat bei der Leipziger Buchmesse der Jungen Freiheit ein Interview gegeben. Die Junge Freiheit hat gerade auch ein Buch rausgebracht zur AfD. Das ist sehr wohlwollend. Die eine Scharnierfunktion einnimmt zwischen konservativen und rechtsextremen Positionen. Und ich würde sagen, die Junge Freiheit gestaltet sich gerade auch als das Parteiblatt der AfD. Der Dieter Stein, der die herausgibt, ist sehr wohlwollend, was die AfD angeht und betreibt da quasi eine Realpolitik für die AfD. Es ist quasi auch gegen fundamentalistische rechte Positionen. In diesem Interview ist die Frauke Petry auch gefragt worden, wie steht sie eigentlich jetzt zu der AfD als Anti-Euro-Partei? Ist die AfD eine Anti-Euro-Partei? Und Frauke Petry hat dann ganz deutlich gesagt, nein, in Sachsen gestaltet sich das anders. In Sachsen ist die AfD nicht mehr in erster Linie eine Anti-Euro-Partei, sondern eine Familienpartei. Und, dann kam der Nachsatz, und Familienpolitik, das darf man heute wieder sagen, ist Bevölkerungspolitik. Und genauso gestaltet sich eben die Familienpolitik der AfD in Sachsen, aber auch in Thüringen und Brandenburg. Ich habe jetzt aus dem Wahlprogramm der AfD Sachsen ein paar Sachen rausgeschrieben, um deutlich zu machen, dass eben die AfD nicht einfach nur Familienpolitik forciert, sondern dass sie, wenn sie von Familie spricht, einen ganz engen Rahmen hat von Familien, einen ganz normierenden Rahmen von Familie, nämlich eine bestimmte funktionierende, normierte Familie. Zum Beispiel ist sie überhaupt nicht familienfreundlich, wenn es um ausländische Familien geht. Da ist sie halt gegen Familiennachzug. Sie ist dagegen, dass es Kindergeld gibt für ausländische Mitbürger, Mitbürgerinnen, Eltern. Natürlich ist bei der AfD-Familie auch biologistisch heterosexuell definiert. Familie ist eben Vater, Mutter, Kind und nicht gleichgeschlechtliche Familien. Das gilt nicht als Familie. Auch da wird Familie eingeschränkt. Dann fordert die AfD Sachsen das sogenannte Familienwahlrecht. Familienwahlrecht heißt, man bekommt für die Kinder extra eine Stimme. Also wenn man Eltern, wenn man Vater ist und Mutter ist, dann bekommt man für das Kind, was man hat, eine extra Stimme. Das Kind selber kann dann nicht wählen, sondern das sollen dann halt die Eltern übernehmen. Und damit es wahrscheinlich keinen Streit gibt in den Familien, erhalten Vater und Mutter jeweils halt für ein Kind eine Stimme, also zwei Stimmen pro Kind. Alleinerziehende erhalten allerdings nur eine Stimme. Das heißt, auch da gibt es wieder eine Benachteiligung gegenüber Alleinerziehenden. Und da steht auch ganz deutlich drin in dem Papier der AfD Sachsen, sie möchte halt die funktionierende Familie im Fokus haben und nicht die nicht funktionierenden Familien. Also nicht Alleinerziehende oder sowas. Gleichzeitig, obwohl sie eben sagen, wir wollen halt Kinderwahlrecht, Familienwahlrecht, was dann von Erwachsenen wahrgenommen wird, sind sie gleichzeitig auch dagegen, dass 16-Jährige wählen dürfen. Das lehnen sie halt ab. Und da wird dann halt von 17-Jährigen das Wahlrecht übernommen von den Eltern. Die AfD ist auch familienpolitisch eine Partei für die Mittelschicht. Das sieht man zum Beispiel an der Forderung nach Familiensplitting. Familiensplitting sehe ich sehr kritisch. Das heißt, das Ehegattensplitting soll aufgeteilt werden auf die gesamte Familie, also auch auf Kinder. Das heißt, wenn man halt 10.000 Euro Monatseinkommen hat und man hat drei Kinder, dann wird das durch fünf geteilt. Also Frau, Vater und die drei Kinder und dann sind es nur noch 2.000 Euro und das muss man dann versteuern pro Kopf. Das heißt, davon profitieren vor allen Dingen die Reichen, die gutverdienenden Familien, die schlechtverdienenden Familien oder arbeitslose Familien haben da gar nichts vom Familiensplitting. Und es wird zu massiven Steuerausfällen führen und gleichzeitig stellt sich die AfD als die Sparerpartei dar. Die wollen eben nicht, dass Schulden gemacht werden. Die Schulden sollen verhindert werden. Das heißt, Familiensplitting würde gleichzeitig auch zum Sozialabbau führen, was dann wiederum ärmere Familien benachteiligen würde. Ähnlich ist es mit dem Kinderrentenmodell. Das ist überhaupt nicht bekannt. Das ist eine Forderung von der AfD. Ein Kinderrentenmodell ist eine Idee vom Bund der katholischen Unternehmer aus den 50er Jahren. Und zwar ist damals diskutiert worden, eine Kinderrente einzuführen und eine Altersrente einzuführen oder eben ein Kindergeld einzuführen, das einheitlich ist oder ein Altersgeld, was einheitlich ist, wenn Menschen halt rauscheinen aus dem Produktionssektor, dass sie dann einheitlichen Geld bekommen. Damals ist halt, dass die Altersrente eingeführt worden, die Kinderrente ist aber nicht eingeführt worden. Die AfD fordert jetzt, die AfD Sachsen fordert jetzt, dass die Kinderrente jetzt eingeführt wird. Kinderrente heißt, das Kindergeld wird gestrichen und das wird ersetzt durch Kinderrente. Das ist dann einkommensabhängig. Man bekommt dann halt sechs bis acht Prozent vom Einkommen und das muss dann später eingezahlt werden, ab dem 35. Lebensjahr und zwar dann von dem aktuellen Einkommen und in Abhängigkeit von der Anzahl der Kinder, die man hat. Wenn man halt sechs Kinder hat, muss man gar nichts einzahlen. Wenn man keine Kinder hat, muss man das Doppelte einzahlen. Auch das ist halt wieder, weil es eben ungleichgewichtig ist, weil eben nicht Kindergeld kriegen ja alle gleichmäßig und Kinderrente würden dann auch wieder die Reichen mehr bekommen. Also auch da wieder eine Benachteiligung von ärmeren Familien und eine Bevorurteilung von gutverdienenden Familien. Zum Schluss dann noch der Punkt, die Familienpolitik ist auch gedacht als Bildungspolitik. Die AfD fordert, dass Erziehungsrecht Elternrecht ist, dass eben Bildung sehr viel stärker in die Familie zurückgeholt wird. Das gilt dann allerdings nicht für schwierigere Familien. Sie fordern nämlich eine stärkere Disziplinierung an Schulen und mehr steht da nicht im Programm. Allerdings sind letztens Papiere bekannt geworden, unfreiwillig, der AfD Sachsen. Da gab es ein Papier, das nannte sich Kernforderung der AG, Familie, Bildung, Hochschule, Wissenschaft. Da hat auch Frauke Petry mitgemacht. Es ist jetzt kein offizielles Papier, sondern intern. Aber da kann man sich ungefähr vorstellen, was unter Disziplinierung gemeint ist. Und zwar soll es halt ein Leitbild geben und die Schüler, die diesem Leitbild nicht entsprechen, die müssen dann halt extra eine Verhaltenserziehung bekommen, Benimmkurse besuchen. Diese Benimmkurse müssen von den Eltern bezahlt werden. Das ist halt eine Nacherziehung. Die Eltern haben ja einen Fehler gemacht, wenn sie ihre Kinder nicht erziehen. Diese Nacherziehung muss dann halt bezahlt werden. Wenn halt Geringverdiener oder Arbeitslose das nicht können, dann werden sie eben zu Zwangsarbeit an Schulen verdonnert. Die Kinder, wenn die halt bei den Benimmkursen sich nicht benehmen, dann wird Jugendadress angedroht, entweder halt für ein Wochenende oder bis zu vier Wochen. Das wird dann angedroht, aber auch prompt umgesetzt. Beide Punkte sind ein Beitrag zur Neuvernetzung einer zunehmend beziehungslosen, ja atomisierten Gesellschaft. Das heißt, die AfD ist da sehr gespalten. Wenn sie halt sagt, wir sind für die Familie, wir sind halt für, dafür, dass die Familie über Bildung bestimmt, dann meint sie einen ganz engen Fokus von Familie, nämlich die deutsche, funktionierende, gut verdienende, heterosexuelle Mittelschichtsfamilie. Und natürlich auch nicht Alleinerziehende. Okay, ich habe jetzt noch zwei Punkte aus dem Landeswahlprogramm in Sachsen und Thüringen. Also Thüringen ist ähnlich aufgestellt, um auch zu zeigen, mit welcher Sprache das Ganze benannt wird. Das heißt, in dem Landeswahlprogramm Sachsen, ich lese das mal vor, Lehr- und Lehrbuchinhalte haben sich an der Lebenswelt von Mehrheiten zu orientieren, nicht an der von Minderheiten. Gesellschaftspolitische Umerziehungsmaßnahmen wie Gender Mainstreaming lehnen wir ebenso ab wie scheinbar geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu Fußgehende statt Fußgänger oder Lehrkraft statt Lehrer. Damit wird ideologisch motiviert, das grammatische Geschlecht mit dem biologischen gleichgestellt. Insbesondere ist einer indoktrinären Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen durch LGBT, also lesbian, gay, bisexuell, transsexuell, Lehrplaninhalten entgegenzuwirken. Also nicht nur zu stoppen, sondern entgegenzuwirken. Ähnlich stellt sich das da Landeswahlprogramm Thüringen. Die Familienpolitik des Landes und der Länder muss einem einheitlichen Konzept folgen, das sich einer Familie aus Vater, Mutter und Kindern unter Einfluss der älteren Generationen orientiert. Versuchen mit Hilfe der Genderideologie den Sinn des Wortes Familie in Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes auf andere Gemeinschaften auszudehnen und der Familie auf diesem Weg dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung zu entziehen ist, ist entgegenzutreten. Auch hier wieder ist entgegenzutreten. Die Genderideologie steht sowohl im Widerspruch zu den Ergebnissen der Naturwissenschaft und Entwicklungspsychologie als auch zur Lebenserfahrung. Die andauernden Bestrebungen, sie über demokratisch nicht legitimierte internationale Organisationen zu implementieren, sollten sowohl im Interesse der Sache als auch der Demokratie unterbunden werden. Schön sind dann auch die, oder eher unschön, sind dann auch die Zitate von Björn Höcke, AfD-Sprecher aus Thüringen. Dazu ist zu sagen, in Thüringen wurde gerade Michael Wohlfahrt abgesägt, weil er zu radikal war. An seiner Stelle ist Björn Höcke gekommen. Also Wohlfahrt ist ein evangelikaler Politiker, hat das Haus Bethlehem betrieben und nach einem Interview mit dem Deutschlandfunk musste er jetzt seinen Hut nehmen. Björn Höcke ist jetzt an seiner Stelle getreten und Björn Höcke sagt, schädliche, teure, steuerfinanzierte Gesellschaftsexperimente, die der Abschaffung der natürlichen Geschlechterordnung dienen, sogenannte Gender Mainstreaming, sind sofort zu beenden. Die klassische Familie ist wieder zum gesellschaftlichen Leitbild zu erheben. Und zur demografischen Katastrophe, die es seiner Meinung nach gibt, Deutschland schafft sich ab, also eine Anlehnung an Thilo Sarrazin. Also Thilo Sarrazin kommt immer wieder vor im Kontext. Um dieser fürchterlichen Entwicklung Einhalt zu bieten, proklamieren wir im Gegensatz zu allen etablierten Parteien ein klares Ja zur klassischen Familie und zum Kind. Jede weitere Auflösung dieser Keimzelle unseres Volkes treten wir energisch entgegen. Dem Konzept des sogenannten Gender Mainstreaming, einem Sonntagskind der Dekadenz, das auf die Auflösung der natürlichen Geschlechterordnung abzielt, haben wir dem Kampf angesagt. Das Interview fand statt in der Blauen Narzisse. Die Blaue Narzisse ist ein neurechtes Internetmagazin. Also auch von der Sprache her ist das sehr weit rechts einzuordnen. Ich habe da jetzt ein Zwischenfazit, also die AfD propagiert eine familienfeindliche, wenn man halt Familie weiterfasst, eine familienfeindliche, normative und disziplinäre Bevölkerungspolitik im Interesse privilegierter, besserverdienender Milieus. Also die, was sie vor sich her tragen, wir sind familienfreundlich, das stimmt eben nicht, wenn man Familie ein bisschen weiterfasst. Gut, das ist jetzt ganz aktuell. Das ist die Homepage der Alternative für Deutschland Niedersachsen. Also wir müssen gar nicht bei Brandenburg und Thüringen-Sachsen bleiben. Es gibt diesen Rechtsrutsch, den gibt es überall, den gibt es halt auch in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme. Da sind auch die Liberalen komplett rauskatapultiert worden. In Niedersachsen, die berichten häufiger auch über Sachen aus dem Europaparlament. Und Ulrike Lunacek, die ist von den Grünen aus Österreich, ist auch im Europäischen Parlament Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Die hat Conchita Wurst eingeladen. Conchita Wurst sagt den meisten wahrscheinlich was. Sie ist eine transsexuelle Künstlerin, die den Schlagerwettbewerb hier in Europa gewonnen hat. Und sie soll da spielen und Volke Petri hat sich direkt dagegen gewarnt. Das war jetzt vor zwei Tagen. Sie hat gesagt, das geht nicht, dass Conchita Wurst da einen Auftritt hat. Das kostet viel zu viel Geld. Außerdem werden halt Christen verfolgt in Syrien und Irak. Und das sollte eigentlich Thema sein und nicht irgendein Spektakel. Frauke Petri, äh nicht Frauke Petri, Beatrix von Storch, ist meiner Meinung nach eine Drahtzieherin von den ganzen Kampagnen, die wir gerade haben. Sie hat vor ein paar Jahren das Kampagnennetzwerk Zivile Koalition aufgebaut. Das ist ein Kampagnennetzwerk, die arbeiten halt mit einem rechtspopulistischen Adressenhändler zusammen, hatten von Anfang an 50.000 zielgenauere konservative Adressen und arbeiten mit Spam-Mails und betreiben halt eine ganze Reihe von Webseiten. Zum Beispiel Freie-Welt-Net, das ist so ein Magazin, das ist so ein Online-Magazin, wo sehr viel konservative, aber auch neoliberale Texte gepostet werden. Dann Bürgerkonvent, das kommt ursprünglich nicht von Beatrix von Storch, aber inzwischen ist das halt von der Zivilen Koalition geschluckt worden. Das ist eine neoliberale Webseite, da macht Vera Lengsfeld auch mit, die gehört quasi auch zu dem ganzen Umfeld, wobei Vera Lengsfeld, soweit ich weiß noch, Mitglied in der CDU ist. Das ist familienschutz.de, das ist auch eine Webseite halt von dem Kampagnennetzwerk von Hedwig von Bewerförde. Hedwig von Bewerförde hat zusammen mit Birgit Kelle die Seite Demo für alle aufgebaut. Demo für alle ist eben das Motiv aus Frankreich. Damals wurde halt von der Regierung die Ehe für alle sollte eingeführt werden und dagegen gab es diese Demonstrationen, die sich dann Demo für alle genannten. Und das ist quasi jetzt, das waren die großen homophoben Demonstrationen in Frankreich und die sollen jetzt importiert werden auch nach Deutschland und nennen sich dann auch Demo für alle. Die finden jetzt auch in Stuttgart statt und werden organisiert von Hedwig von Bewerförde und von Birgit Kelle über diese Seite Demo für alle. Und im Impressum findet man dann wieder die zivile Koalition, die das Ganze dann im Hintergrund managt. Dann gibt es noch Abgeordnetencheck und jetzt neue EU-Check. Das sind Seiten, da gibt es so Eingabemasken und da kann man dann mit so einer Eingabemaske direkt Abgeordnete aus dem Bundesparlament oder jetzt auch aus dem Europäischen Parlament E-Mails schreiben und es wird da auch direkt gezeigt, wer ist böse, wer ist gut. Es gibt Befürwärter und Gegner, es gibt Blockierer und mit diesen Seiten generieren die dann auch diese Massenspam-Mails. Man muss einfach nur reinklicken und schon geht die Mail los. Eine Seite habe ich vergessen, also es gibt noch viel mehr Seiten, es sind über ein Dutzend Seiten, die werden auch alle betrieben, das ist nicht Fake, sie werden tatsächlich betrieben, die haben eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die die dann auch bestücken und betreiben. Eine Seite habe ich vergessen, die heißt Eins von uns, das ist halt die deutsche Koordinationsseite der Europäischen Bürgerinitiative One for Us und die wird eben auch betrieben von der zivile Koalition. Also Beatrix von Storch und ihr Mann Sven von Storch, die stecken quasi hinter den ganzen Kampagnen. Zu den Kampagnen Marsch für das Leben, das haben wir jetzt am Samstag, da wird ja gleich auch noch was zu erzählt werden. Beim letzten Marsch für das Leben, das kann man hier sehen, ist Beatrix von Storch in der ersten Reihe mitgelaufen. Dann die Europäische Bürgerinitiative One for Us, die 1,74 Millionen Unterschriften gesammelt hat innerhalb von etwas mehr als einem Jahr. Das ist eine sehr erfolgreiche Bürgerinitiative gewesen, die sich letztlich auch gegen Schwangerschaftsabbrüche richtet. Dann Demo für alle, da habe ich ja gerade schon was zu erzählt. Die Kampagne von der zivilen Koalition richtet sich auch gegen den Estrela-Bericht, zum Estrela-Bericht kurz. Es gab 2002 im Europäischen Parlament einen Bericht zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und den damit verbundenen Rechten. Da ging es halt darum, dass eben Abtreibung nicht verfolgt werden soll. Und nach der Osterweiterung der EU ist überlegt worden, jetzt nach zehn Jahren den Bericht zu erneuern. Das sollte Edith Estrela machen und deswegen nennt sich das Estrela-Bericht. Und in dem Estrela-Bericht gab es Forderungen, unter anderem keine Strafverfolgung von Frauen, die illegal abgetrieben haben. Es hat vor ein paar Jahren beim ersten Bericht in Portugal große Demonstrationen gegeben und in Spanien. Und jetzt wird eher skandalisiert eine zweite Forderung aus dem Estrela-Bericht, nämlich einen Aufruf an die Mitgliedstaaten, eine umfassende Sexualpädagogik einschließlich Maßnahmen zum Kampf gegen Stereotype und alle Formen der geschlechtsbasierten Gewalt zu fördern, die außerdem eine positive Sicht auf homo- und intersexuelle Menschen inhaltet. Also die beiden Forderungen, die haben zu einem Proteststurm geführt gegen den Estrela-Bericht. Also die Edith Estrela hat berichtet, dass sie innerhalb weniger Tage über 40.000 E-Mails, Spam-Mails bekommen hat. Auch Abgeordnete aus Deutschland, die halt für den Estrela-Bericht waren, haben auch eine ganze Reihe von Spam-Mails bekommen. Und tatsächlich wurde halt der Bericht zurückgewiesen, wurde zum ersten Mal zurückgewiesen und wurde der quasi entschärft, in Anführungszeichen. Es wurden halt Forderungen rausgenommen, aber auch in entschärften Positionen wurde er halt abgelehnt. Und das hat Beatrix von Storch auf ihrer Facebook-Seite auch direkt gefeiert. Wir haben den Bericht gestoppt, das Europaparlament hat es dann doch mit knapper Mehrheit abgelehnt, tabulose interaktive Sexualausbildung ab der Grundschule zu fordern, für 0- bis 4-jährige Masturbationslehneinheiten zu fordern und das Recht auf Abtreibung als europäisches Menschenrecht einzuführen. Ja, so geht Widerstand. Danke an alle, die mit uns gestern in Straßburg wieder demonstrierten, Briefe, Schnuller und Kondome verteilten und den ganzen Laden da in Schwung gebracht haben. Das heißt, die arbeiten auch mit einer sehr starken Übertreibung. Also was da drin steht, Masturbationsanheiten für 0-Jährige gibt es halt nicht, auch nicht für 4-Jährige. Das sind halt, mit diesen Übertreibungen wird gearbeitet und auch mit Erfolg, wie sich gezeigt hat. Und eben, er hat ja auch von Demonstrationen erzählt, also die machen nicht nur Spay-Mails, sondern die haben tatsächlich auch in Straßburg mehrfach demonstriert. Sie haben auch versucht, den Lunacek-Bericht zu verhindern. Wie gesagt, Ulrike Lunacek ist von den Grünen aus Österreich und Ulrike Lunacek hat einen Bericht verfasst. Das ist ein Fahrplan gegen Homophobie in Europa und dieser Fahrplan, der ist angenommen worden. Also da geht es darum, eben Gesetze zu erlassen, dafür zu sorgen, dass Menschen mit homosexuellen Orientierung nicht unterdrückt werden. Der ist angenommen worden, da war die Kampagne nicht erfolgreich, aber auch Ulrike Lunacek hat erzählt, dass sie 40.000 E-Mails bekommen hat, dass ihre Seite gehackt worden ist. Und Ulrike Lunacek, das steht jetzt nicht unbedingt damit im Zusammenhang, kann aber auch damit im Zusammenhang stehen, ist halt letztens bei einer Parade in Österreich, in Wien, mit Buttersäure persönlich direkt angegriffen worden. Das heißt, es ist nicht nur bei Spam-Mails geblieben, sondern es gab dann auch Attacken. Und auch bei den homophoben Demonstrationen in Paris, da werden wir gleich vielleicht noch mehr dazu hören, ist eben die Homophobie gestiegen. Und auch tägliche Angriffe und die Angst sind gestiegen. Gut, die AfD im Europaparlament, sie ist mit sieben EU-Parlamentariern eingezogen. Sie gehört zur EU-Gruppe Europäischer Konservative und Reformisten. Das war vorher noch umstritten. Die Rechtsausleger in der AfD, die hätten lieber, wären lieber mit einer weiter rechtsstehenden Partei zusammengegangen, die Europäischen Konservativen und Reformisten. Da sind die Tories sehr stark, die Konservativen aus Großbritannien. Und in Großbritannien ist ja die UKIP sehr stark geworden, die United Kingdom Independence Party, die hat, glaube ich, 26 Prozent bekommen. Das ist eine rechtspopulistische Partei. Und die Rechtspopulisten in der AfD wären lieber mit denen in die Fraktion gegangen. Da haben sich Lucke und Henkel in dem Europaparlament dagegen, die haben sich durchgesetzt und haben einen Antrag gestellt bei der ECR. Sind allerdings dann nicht genommen worden zuerst, weil Cameron von den Tories wollte die AfD gar nicht. Sie haben es dann nochmal versucht. In dem zweiten Anlauf hat es dann geklappt, weil nämlich im ersten Anlauf rechtspopulistische Gruppen aus Skandinavien in den ECR übernommen wurden. Und mit den Stimmen dieser Rechtspopulisten hat es dann auch die AfD geschafft, Mitglied zu werden in dieser Fraktion. Man muss halt, wenn man im Europäischen Parlament sitzt, muss man in so einer Fraktion beitreten, weil man dann mehr Rechte hat. Zum Beispiel wird dann ausgehandelt, wer dann welche Vorsitzende hat in bestimmten Ausschüssen. Die Beatrix von Storch wurde vorgeschlagen als stellvertretende Vorsitzende im Frauenausschuss FEM im Europäischen Parlament. Und das ist verhindert worden. Das war quasi auch ein Novum. Das passiert nicht so oft, dass dann mit einer geheimen Abstimmung das verhindert wird. Aber das zeigt auch, im Frauenausschuss FEM hat sich Beatrix von Storch schon einen Namen gemacht, der nicht unbedingt physisch spricht. Gut, aus Zeitgründen lasse ich das mal weg. Es gab halt einen Rechtsrutsch bei den letzten Europawahlen. Und der fand vor allen Dingen statt in den Staaten, in denen die Krise noch nicht wirklich durchgebrochen ist. Also in den Staaten, denen es eigentlich noch relativ gut geht, haben die Rechten extrem dazugewonnen. Und das passt auch dazu, dass auch das Milieu der Rechten, die diese rechten Parteien aufgebaut haben, eigentlich auch eher Privilegierte sind und nicht unbedingt ärmere Menschen. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich gehe jetzt auf die antifeministischen Kräfte auf europäischer Ebene ein. Da habe ich fünf verschiedene Kräfte ausgemacht. Das ließ sich ergänzen. Also mir ist das nur aufgefallen, und ich habe das jetzt mal rausgeschrieben, als allererstes die katholische Kirche, die mit Johannes Paul II. und dann später auch mit Benedikt XVI. eine Neuevangelisierung in Europa anstrebt. Neuevangelisierung heißt, Europa muss nicht evangelisiert werden. Das ist ja schon vor 2000 Jahren passiert. Aber jetzt mit den ganzen Bestrebungen, die hier stattfinden, Abtreibung, Homo-Ehe und so weiter, ist es notwendig, eine Neuevangelisierung anzustreben. In Spanien zum Beispiel gab es vor 2007 große Demonstrationen gegen eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Und da waren auch Kardinäle mit dabei. Und auch der jetzige Papst hat ja seine Großadresse schon für den Marsch für das Leben jetzt am Samstag von sich gegeben. Das heißt, die katholische Kirche ist da ganz maßgeblich beteiligt. Und vor allen Dingen auch mit ihren Vorfeldorganisationen, den OPSD, die Piusbrüderschaft oder Legionäre Christi, so apostolische Gruppierungen, die mischen da auch mit. Dann gibt es evangelikale Netzwerke. Das sind jetzt nicht katholische Kirche, sondern das sind dann halt eher bibeltreue, evangelikale Netzwerke. Da ist unter anderem zu nennen das European Center of Law and Justice. Die haben die Europäische Bürgerinitiative One of Us gestartet. Und der Präsident des Komitees von One of Us ist eben auch Generaldirektor des European Center of Law and Justice. Und die kommen aus den Vereinigten Staaten. Das ist da ein Einfluss. Es gibt aber nicht nur Einfluss aus den Vereinigten Staaten, sondern auch aus Russland. Die russische Föderation mischt auch mit. Und zwar gibt es in Frankreich das Institut de la Democratie et de la Cooperation. Das soll das Russland-Bild in Europa verbessern. Dieses Institut hat zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Jürgen Elsässer. Letztes Jahr gab es in Leipzig diese Kompaktveranstaltung, Familienveranstaltung. Das war eine sehr homophobe Veranstaltung, wo eben auch Leute aus Frankreich eingeladen wurden und aus Russland und so weiter, um eben die Familie zu schützen. Und da gibt es Zusammenarbeit. Aber in Frankreich gibt es auch Zusammenarbeit mit Front National, mit Marine Le Pen, die da halt auch mitmischt. Und natürlich russische orthodoxe Kirche, die spielen da auch eine Rolle. Vor allen Dingen dann halt eher in den östlichen EU-Staaten. Die islamischen Gemeinden, die habe ich jetzt auch aufgelistet, die sind allerdings längst nicht zu vergleichen, also die sind nicht zu vergleichen mit der katholischen Kirche oder mit evangelikalen Netzwerken. Sie haben eher eine passive Rolle. Also jetzt nach den Demonstrationen in Frankreich gibt es jetzt in den Baulieus Aufrufe, halt nicht zur Schule zu gehen, weil in den Schulen werden die Kinder umgezogen, gendermäßig umerzogen. Und dagegen wird halt vorgegangen und da gibt es halt Blockaden. Aber auch in Deutschland, zum Beispiel in Stuttgart, bei den Demonstrationen gegen den Bildungsplan ist vor kurzem auch jemand von der islamischen Gemeinde aufgetreten und hat da auch eine Rede gehalten. Das ist allerdings eher passiv. Zu guter Letzt sind noch die antifeministischen Maskulisten zu nennen. Die stehen ein bisschen schräg zu den ganzen Maskulisten. Das ist eine moderne antifeministische Bewegung, die haben halt nicht so einen paternalistischen, katholischen Anspruch an Familie, also sind nicht unbedingt familialistisch aufgestellt, sondern die sagen, heute sind die Männer die Opfer, nicht mehr die Frauen, sondern die Männer sind die Opfer und die Täterinnen, das ist die Femokratie, das sind halt, wir leben halt in einem Staatsfeminismus und der unterdrückt die Männer und dagegen müssen wir kämpfen. Also es wird so eine Opferideologie gepredigt und da gibt es auch Streitigkeiten, weil die AfD ist sehr familienorientiert, damit auch mütterorientiert, haben ein konservatives Mütterbild und die antifeministischen Maskulisten sind halt eher gegen Mütter. Also die sind halt, also das lässt sich halt, da gibt es halt Streitigkeiten. Wo die sich dann allerdings einigen, das ist der Antifeminismus. Sobald es gegen Antifeminismus geht und dann noch gegen so einen verkürzten Antifeminismus, wenn halt von Alice Schwarzer die Rede ist, dann sind sich alle einig und ein wichtiger Maskulist, der sich vielleicht gar nicht selber so sieht, das ist Akif Pirinchi, ein Katzenbuchautor, Katzenkrimiautor, der letztens halt ganz massiv gegen eine Wissenschaftlerin auf seiner Facebookseite vorgegangen ist mit hunderten von Kommentaren, die bis hin zu Mord- und Vergewaltigungsaufrufe dann mit sich brachten. Also das ist halt keine schöne Sache. Dann die Handlungsfelder auf europäischer Ebene. Da geht es immer noch um gesetzliche Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch, die verschärft werden sollen oder nicht liberalisiert werden sollen. Neu ist jetzt natürlich Kampf gegen LGBTI-Gleichstellung, also gegen die Homo-Ehe und neu sind eben auch der Kampf gegen die Gender Studies, dann gegen die Sexualaufklärung der Vielfalt. Das ist nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Niedersachsen oder in Köln, in München gibt es halt Demonstrationen gegen eine Sexualaufklärung der Vielfalt. Da wird gegen vorgegangen. Und spannend ist, in Köln gab es eine Demonstration der besorgten Eltern gegen den Bildungsplan in Nordrhein-Westfalen, wo aus Frankreich und Belgien Unterstützung kam, und zwar aus Frankreich von der Führerin des französischen Frühlings. Das ist so die Speerspitze der Demo für alle. Dann gab es noch eine Frau, die eben diese Schulboykotz-Sachen macht in Paris, die hat da auch geredet, und jemand von Civitas, das ist eine Pius-Brüderschaft, eine kirchliche, nicht kirchliche, religiöse Gruppierung, die sind quasi dann auch nach Köln gegangen und haben gesagt, wir müssen halt die Proteste aus Frankreich jetzt aktiv auch ausweiten und nach Deutschland bringen und so weiter. Und natürlich wird halt gegen geschlechtertsensible Sprache, dagegen wird das auch vorgegangen, in Österreich jetzt auch ganz aktuell, aber auch in Deutschland. Okay, Kampagnen One of Us, zentrale Forderungen, ich gehe da nur ganz kurz drauf ein, die haben die Embryonen in den Mittelpunkt gestellt, haben gesagt, die Embryonen dürfen nicht verletzt werden, auf gar keinen Fall, also auch schon am ersten Tag nicht. Da darf es keine Haushaltsmittel geben. Forschung, alles, was mit Forschung zu tun hat, wo Embryonen verletzt werden könnten, dürfen halt nicht getätigt werden. Und ganz wichtig, Entwicklungshilfe muss auch gestoppt werden, sobald irgendeine Organisation, die von der Entwicklungshilfe profitiert oder die irgendwas mit der Entwicklungshilfe zu tun hat, wenn eine dieser Organisationen irgendwas mit Abtreibung zu tun hat oder Abtreibung fördert. Das heißt, okay, ja, One of Us, ganz kurz noch jetzt die, ein paar Sachen, die heute ist allerdings auch schon Präsident von One of Us, ist gleichzeitig Generaldirektor von European Center of Law and Justice in Deutschland, heftig von BVF-Hörde, familienschutz.de und zivile Koalition. die ist übrigens Christin des Jahres geworden von IDEA, weil sie eben so erfolgreich gegen den Estrela-Bericht gekämpft hat und für One of Us gekämpft hat und sie haben 1,7, 4,7 Millionen Unterschriften bekommen und ich bin jetzt auch durch. Okay, danke. Ich möchte mich ganz herzlich bei ihr für die Einladung bedanken und auch für die Arbeit, die das Forum Politik und Gesellschaft der Friedrich-Ebert-Stiftung leistet und auch immer wieder Vernetzungsmöglichkeiten wie diese bietet. Ich möchte mich bei Andreas Kemper bedanken für seine gut recherchierte und aussagekräftige Studie zur Geschlechterpolitik der AfD. Studien wie diese brauchen wir, um Muster zu erkennen und Zusammenhänge herstellen zu können, um die Akteure kennenzulernen und wahrzunehmen, wie sie sich vernetzen und damit auch den Gegenwind besser verstehen zu können, der uns entgegenschlägt, indem wir Geschlechterpolitik moderne betreiben. Und wir brauchen Studien wie diese und Diskussionsmöglichkeiten wie diese, um unsere politische Arbeit weiterzuentwickeln und Rückschlüsse zu ziehen. Ich bin Gewerkschafterin, ich bin Frauenpolitikerin und Geschlechterpolitikerin und als Frau, die in der GEW-Verantwortung trägt, auch Bildungspolitikerin. Und als solche habe ich mir einige Gedanken zu dem Thema heute gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie dann am Sonntag auch vor dem Fernseher gesessen haben und die Wahlberichterstattung zur AfD und insgesamt verfolgt haben. Mir fiel auf, dass das, was uns hier beschäftigt, nämlich dass diese Partei gesellschaftliche Reformprojekte torpediert, überhaupt nicht vorkam. Da gibt es anscheinend große Berührungsängste oder vielleicht hängt es damit zusammen, dass die, dieses, es wird ja wohl mal gesagt werden müssen, da auch reinspielt. Jedenfalls wurde mit Blick auf die AfD über ihr reaktionäres Familienbild und Frauenbild überhaupt nicht gesprochen. und Wahlprogramme wie die, die Thomas Kemper vorgestellt hat, torpedieren wichtige gesellschaftliche und gewerkschaftliche Reformprojekte. Ob es um die Entgeltgleichheit für Männer und Frauen geht, ob es um die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, auch ganz zentrale politische Felder oder um die Emanzipation schlechthin, nicht nur in Bezug auf LSBTI. Das sind Themen, die durch Parteien wie diese torpediert werden. Und was mir auch wichtig ist, ist mit Blick auf diese sogenannten familienpolitischen Programme. Darum geht es offensichtlich nicht. Es geht vielmehr darum, Hierarchien aufrecht zu erhalten in der Gesellschaft, die zwischen Männern und Frauen, zwischen Heterosexuellen und den anderen, zwischen der Mittelschicht und der Unterschicht, zwischen Deutschen und Ausländern, zwischen der richtigen Wissenschaft und der Falschen, nämlich die, die auf emanzipatorische Ansätze zielt, zwischen der Drei-Kind-Politik und der Selbstbestimmung. Und das sind ziemlich erschreckende Tendenzen, mit denen wir uns da befassen müssen. LSBTI ist ein zentrales gewerkschaftliches Thema. Es geht dabei natürlich auch um die Kolleginnen und Kollegen, die sich diesen sexuellen Orientierungen, die diese sexuellen Orientierungen leben. Aber es geht eben nicht nur um diese 5% der Gesellschaft, sondern es geht um uns alle, wenn Vielfalt so verunglimpft wird. Das ist das, was mich als Gewerkschafterin auch immer wieder an diesem Thema arbeiten lässt. Die lesbischen und schwulen Kolleginnen und Kollegen sind in der GEW sehr gut organisiert und auf Bundesebene vernetzt und tragen als solche dazu bei, Positionen zu entwickeln und dann auch voranzutreiben. Zu dem Thema, was uns heute hier beschäftigt, den Bildungsplänen, gab es einen aktuellen Gewerkschaftstagsbeschluss, der sich mit Geschlechterstereotypen und Schulbüchern beschäftigte. Wir setzen uns dafür ein, dass die Landesregierungen ihre Verantwortung übernehmen, indem sie zum Beispiel ordentliche Bildungspläne machen, dass die Schulbuchverlage ihre Verantwortung übernehmen und in den Unterrichtsmaterialien die ganze gesellschaftliche Vielfalt abbilden. Wir sehen auch, dass die Kolleginnen, also die Lehrerinnen und Lehrerschaft, an ihren Arbeitsplätzen Verantwortung hat und das Thema nicht den sogenannten Betroffenen überlassen kann, sondern hier insgesamt sich auseinandersetzen muss und ihre Vorbildfunktion gegenüber den Schülerinnen und Schülern gerecht werden muss. Und wir sehen es als notwendig an, Geschlechterkompetenz ein wichtiger Inhalt in der Lehrerinnen Aus- und Fortbildung wird. Also es ist ein ganz breites Spektrum, was durch diese schlichte Thematik oder anscheinend abgrenzbare Thematik LSBTI angestoßen wird. Bildung spielt da eine ganz zentrale Rolle, weil sie alles verändert und zu einem emanzipierten Leben beiträgt. Emanzipation ist eines der wenigen lateinischen Vokabeln, die ich mir auf Anhieb merken konnte, weil es einfach heißt Loslösung von vorgegebenen und bevormundenden Strukturen. Das ist auch ein Bildungsauftrag und ich möchte jetzt kurz was zu den Bildungsplänen sagen. Die werden von Kultusministerien gemacht, in Abstimmung mit ihren Schulinstituten, Lehrerbildungsinstituten, um den Schulen eine Orientierung zu geben, was dort laufen soll. Es geht darum, kompetenzorientierte Bildungsstandards so zu beschreiben, dass die Lehrerinnen und Lehrer damit was anfangen können. Es geht um Zielerreichung von Lernprozessen und es gibt keine Beschreibung mehr der Themen, sondern es geht hin zu solchen kompetenzorientierten Beschreibungen, was sein soll. In Baden-Württemberg gehört zu den Leitprinzipien dieses Bildungsplans, um denen es ging, die berufliche Orientierung, die Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Medienbildung, die Prävention und Gesundheitsförderung und die Verbraucherbildung. Das sind die Kapitelüberschriften, zu denen dann Kompetenzen beschrieben werden. Sie erkennen gleich die Lücke, die Anerkennung von gesellschaftlicher und kultureller Diversität als Leitprinzip fehlt. Ein solches zusätzliches Leitprinzip dort zu verankern, war das Anliegen der GEW in Baden-Württemberg. Dafür sind die Kolleginnen und Kollegen angetreten. Das ließ sich nicht durchsetzen. Was dann dabei rausgekommen ist in diesem Bildungsplan, ist, dass die verschiedenen Leitprinzipien ergänzt wurden. Das können Sie sich vorstellen, so etwas Gestückeltes wirkt dann auch nicht gerade so mitreißend und es wirkt auch sehr penetrant. Alle die, die sich mit den Themen befassen, die gerne mal vergessen werden, kennen das. Man kriegt einen fertigen Text, stellt fest, die Frauen fehlen mal wieder oder LSBTI fehlt und versucht dann da noch was draus zu machen. Das ist eine schwierige Situation. In den Auseinandersetzungen in Baden-Württemberg war eine Schiene der Konfrontation, dass die GEW angegriffen wurde dafür, dass sie mitgearbeitet hat. Es wurde unterstellt, dass sie sich instrumentalisieren lässt von den gut organisierten lesbischen und schwulen Netzwerken und so weiter und so fort. Und die Auseinandersetzung gipfelte in einer Online-Petition kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens. Da merken Sie schon, die Kritiker zielten darauf ab, auf das, was hier heute Nachmittag auch schon angesprochen wurde, die grobe Vereinfachung und die Unterstellung von Indoktrination und so weiter. Eine gleichwertige Darstellung von Homosexualität mit Ehe und Familie ging diesen Kritikern zu weit und Sie führen dann natürlich auch das Grundgesetz an und die Landesverfassung in Baden-Württemberg. Die baden-württembergische Landesverfassung ist noch eine der wenigen, wo explizit auf Religion bezogen wird und Bezug genommen wird. Und was dahinter steckte, hinter diesen Protesten, ist, dass der Bildungsauftrag der Schule für Toleranz und Offenheit völlig untergraben wurde und diese Botschaft, die für Schul-, Kinder- und Jugendliche so wichtig ist, ihr dürft euer Leben so gestalten, wie ihr es für richtig haltet, die wurde damit auch angegriffen. Die GEW ist also ins Kreuzfeuer der Kritiker geraten, weil sie sich für Vielfalt im Bildungsplan eingesetzt hat. Es gab dann zwei Gegenpetentionen, die zusammengerechnet mehr Unterschriften gewonnen haben. Einen nannte sich schlicht Gegenpositionen zu kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens. Die andere formulierte es positiv, Vielfalt gewinnt. Was den Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg aufgefallen ist, ist etwas Ähnliches, was Thomas Kemper auch herausgearbeitet hat, wie straff der Widerstand organisiert wird und die Verdammung, Verdummung, die Stimmungsmache. Beatrix von Storch war auch bei diesen Demonstrationen sichtbar und die Kolleginnen beschrieben, dass einige Bürgerinitiativen offensichtlich sehr straff das Ganze organisiert haben und damit diesen sogenannten Volkszorn artikuliert und instrumentalisiert hat. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung ist jetzt ein halbes Jahr her. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen gebeten, mir für den Anlass hier so ein paar Sätze aufzuschreiben, was für sie so im Rückblick wichtig war an der Auseinandersetzung. Dazu gehören solche Beobachtungen, dass die konservativen Kreise dazu beigetragen haben, dass LSBTI jetzt auf der Tagesordnung steht. Das wäre durchaus ein positiver Effekt von all der Quälerei mit diesen Petitionen und Protesten. Die Kolleginnen waren schockiert, dass die fundamentalistischen Bildungsplan-Gegnerinnen durch die CDU große Unterstützung hatten und wie viele sich auch aus dem CDU-Spektrum so homophob geäußert haben. Erschütternd war auch, dass so viele diese Petitionen, die eigentlich durch Desinformation gekennzeichnet ist, unterschrieben haben. Die Kolleginnen mussten sich Dinge anhören wie selber keine Nachkommen produzieren wollen und unsere indoktrinieren. Sie müssen sich das so vorstellen, bei den Kolleginnen und Kollegen gingen Mengen von diesen E-Mails ein, bei den Redaktionen der Zeitung, bei der Vorsitzenden des Landesverbands Dorothea Moritz, auch bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Lesben- und der Schwulengruppe. Wir hatten auch häufig den Eindruck, diese Mails sind vorformuliert und werden dann nur noch abgeschickt. Das hatten sie ja auch beschrieben. Was aber auch eine positive Beobachtung war für die Kolleginnen war, dass die Diskussionen in den Schulen mit den Schülerinnen und Schülern sehr differenziert waren und von Akzeptanz geprägt waren. In den Kollegien ist es noch ein weiterer Weg, weil das Thema da ziemlich häufig totgeschwiegen wird. Das ist ja dann auch was, was uns als Bildungsgewerkschaft auch umtreibt, die diese lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans Kolleginnen und Kollegen organisiert. Wer einen Teil seiner Persönlichkeit verstecken muss, hat kein gesundes Arbeitsklima. Ich möchte zum Fazit kommen. Es geht bei diesem Thema um Wertschätzung von Vielfalt. Wir können nicht zwischen der Mehrheit und den anderen unterscheiden. Menschenrechte gelten für alle und wir sind alle dafür verantwortlich. Ich bin auch der Meinung, dass Toleranz nicht ausreicht. Toleranz zementiert Ungleichheit, weil sie signalisiert, dass man eigentlich ablehnt, was man aus pragmatischen Gründen hinnimmt und ich möchte mit Ihnen allen daran arbeiten, dass der Umgang mit sexueller Vielfalt in Bildung und Gesellschaft selbstverständlich wird und dass wir uns auch mal vergegenwärtigen, dass zu diesem Kürzel LSBTI eigentlich auch noch das H gehört für Heterosexualität. Das macht deutlich, dass wir uns nicht so auseinander dividieren lassen können und auch, dass die Mehrheit ihre eigenen Orientierung nicht immer ausklammern kann, wenn sie über Themen wie LSBTI in Bildungsplänen spricht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen guten Abend. Was man in der Friedrich-Ebert-Stiftung nicht alles lernen kann, zum Beispiel auch, dass es eine Christin des Jahres gibt. Vielen Dank Andreas Kemper, nicht Thomas. Um ungute Entwicklungen zu bekämpfen, muss man die Ursachen und Phänomene analysieren. Ich glaube, nur dann kann man wirklich Strategien entwickeln, wie solche Entwicklungen eben bekämpft werden können. Da werden wir heute Abend darüber sprechen. Wir haben, finde ich, ganz, ganz tolle Inputs gekriegt, haben uns noch mal sehr ausführlich von Herrn Kemper vergegenwärtigen lassen, wie traurig aktuell diese Veranstaltung ist durch die jüngsten Wahlergebnisse. Ich stelle Ihnen noch mal ganz, ganz kurzes Podium vor, damit wir möglichst viel Zeit haben, hier vorne miteinander zu diskutieren und dann auch mit Ihnen. Frau Schildmann hat es gesagt, zum Achterum wollen wir die Diskussion sozusagen öffnen, damit Sie und unsere weltweiten virtuellen Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen sich auch beteiligen können. Kirsten Achtelig ist gelernte Schreinerin, also kann auch wirklich was, hat nicht nur studiert. Sie wird uns mal ein bisschen ausführlicher erklären, was es mit dem Marsch für das Leben auf sich hat, was wir auch hier zu erwarten haben in den nächsten Tagen. Es wurde ja schon angesprochen, es ist ja durchaus auch an die aktuellen Pläne angedockt, die es jetzt gibt. Sie kennt sich sehr, sehr gut aus mit Spanien und wird uns da auch ein bisschen Einblick geben in die aktuellen Entwicklungen. Schlimmstes scheint ja verhindert zu sein, das werden wir von dir lernen. Sie arbeitet derzeit an dem Buch, so viel Werbepause muss sein, soll im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen, im Verbrecherverlag, den können Sie sich merken, das ist ein schöner Name. Der Arbeitstitel heißt Selbstbestimmte Norm zum Verhältnis von Feminismus und selektiven Abtreibungen. Kirsten, toll, dass du heute Abend bei uns bist. Neil Data wird Englisch sprechen, wird uns einiges zu sagen haben, was es, was sich derzeit im Europäischen Parlament abspielt. Das ist natürlich sehr interessant, der Frage nachzugehen, klar, welche Organisationen es da gibt, welche Entwicklungen, aber ich finde es immer wichtig, wenn wir politisch diskutieren, nie die Fragen auszusperren, wie diese Sachen eigentlich finanziert werden. Und da muss man sicher, es wurde auch angerissen, sich die USA mal anschauen, die Russische Föderation anschauen, aber ich finde die Frage schon auch interessant, inwieweit die neuen Mitglieder welche Positionen forcieren und dann eben auch von wem finanziert. Spannend auch, Neil Data hat fünf Staatsangehörigkeiten, die Deutsche ist natürlich nicht dabei. Estelle, herzlich willkommen, toll, dass du da bist. Estelle Ferrer-Räse ist Professorin für politische und soziale Theorie an der Uni Straßburg, das hatten wir schon gehört, sie hat sich viel, viel mit kritischer Theorie auseinandergesetzt und mit Verwundbarkeit als politische Kategorie, das finde ich sehr spannend. Estelle, sie kommen aus dem Land der französischen Revolution, wie konnte es sein, dass in so einem säkulären Land solche Massen auf die Straße gehen, um gegen sexuelle Vielfalt und alles, was da dran hängt, zu demonstrieren? So, first, thank you for the invitation. So, I'm going to complete somehow what was said before by Dr. Kemper because it was already very comprehensive, so I'm not sure I'm going to say anything new, but let's say that I'm going to talk as an activist since I was part of a movement that launched a petition last year when we had a trouble with ABCD de legalité, so it's something which is close to what happened here in Bad Wurtenberg, that is a problem which has to do with school curricula, so it was a program, very light, small program that was supposed to be used in elementary schools that would defend sexual, that would not defend but just explain to the kids what is sexual diversity and gender more or less and we had huge demonstrations against that and we also had something that was told before that is something called le jour du retrait, the withdrawal day, which means that several hundreds or maybe even thousands of students, of pupils, were withdrawn from their school one day in February because of a hoax that was spread in various communities according to which what would be told with this ABCD de legalité would be how one should masturbate oneself, so that was what was told and I know that this very same hoax was spread in Germany in Köln for instance or in Poland so it's something that we don't know where it comes from but it was used in France too so this is one part of what is going on in France I mean it has to do with school and as you know it's as you might know school is very important in France it's really at the core of our national identity so every time you have a topic there is a social issue you have good chance that when it is related to school it's going to be a very heated debate so it's what happened then we have in terms of anti gender agenda as you said before struggles against same marriage last year that turned into struggles against the right to assisted reproduction or the right to surrogate mothers for homosexual couples and third aspect I would say it's maybe the newest part it's really a general attack in the medias but not only in the medias against the very idea of gender so you you have some campaign of intimidations for instance against librarians in public libraries you would have a group of people it happened in Lyon who directly threatened librarians in order to get some books using the word gender withdrawn from the libraries these campaigns of intimidation also happened for instance basically to us I mean at the academics a few weeks ago there was the first congress of gender studies in France it never happened before we were like I don't know 300 people who were gathered in Lyon and we had demonstrations outside of the building there were not that many maybe 30 people maybe 40 but what was very scary is that when we got out of the building they took pictures of each of us in order to this is the kind of intimidation that is going on and the latest development is that they've really found their scapegoat because as you might know we do have a new minister of education that was pointed a few weeks ago and she's Najat Vallobel Kassem who is the first feminist and who is actually the author of this ABCD de legalité I was talking before I mean this program that was at some point supposed to be used in schools so she has really become the target of violent attacks in medias including in mainstream magazines well right mainstream magazines such as Valor Actuelle and these attacks are both masculinist and racist since maybe you can hear from the name but she's of Algerian descent so for instance we had this magazine Valor Actuelle who gave a title that is l'ayatollah de la rééducation so ayatollah something was very extremist but at the same time it was of course an allusion to her muslim background supposed muslim background and she was ayatollah of mind education that's the idea so were the people were into these movements so as you said well we are talking about a lot of people in France as you have heard probably so several hundreds of thousands of people that we could see in different demonstrations last year big part of them are catholics so it's not as surprising as one might think because in France of course most of us are secularists we think that about 3% of the population are churchgoers which is basically nothing but this 3% belongs to the upper classes which means that the catholic in France apart from very very old grandmas catholics in France are very wealthy very well organized and from time to time they tend to wake up as a political force and it had not happened for years but actually last time it was in 1984 where we had huge demonstrations because the socialist party at that time tried to reform the system of the private schools that is notably catholic schools so they tried to integrate those catholic schools into a more general system and that put more than 1 million people in the street and these were already catholic those catholic so they are not often active but they can be extremely active thank you thank you thank you for the first input it's good that we have a little time to talk to a little thank you thank you thank you you have been for 15 years in the European Parliament in the political and political and and have been since 2004 you Geschäftsführer des European Parliamentary Forum on Population and Development vielleicht können Sie uns einfach mal ein bisschen auf Stand bringen wie da die Diskussionslinien verlaufen und welche Entwicklungen sie ausmachen die sie mindestens bedenklich wenn nicht gefährlich beurteilen würden ok thank you ok thank you very much and it's a pleasure for me to be here as you as you said I've been working in this field for 15 years now and I'd just like to start out with a small comment 15 years ago there were anti-choice anti-sexual reproductive health and rights groups based in Brussels attempting to influence the European Union and the European Parliament there were maybe two or three of them now there's easily 10 to 12 organisations with offices in Brussels and so 10 to 12 organisations with offices in Brussels that means that there's money to pay rent that means that there's money to pay salaries and organised activities so the scale of the movement has increased at the same time one has to offset that with the fact that over the past 15 years anything that is worth being represented is now represented in Brussels so one has to offset that like that so it's an increasing movement it's a movement that in our organisation we didn't go out of our way to look for it our job in the European Parliamentary Forum on Population and Development is to advance sexual and reproductive health and rights by having members of Parliament understand and champion these issues we started getting involved in these when anti-choice activities started appearing in this country and that country and they would contact our office and ask us Neil this anti-abortion thing is happening in Lithuania we are not too sure what to do can you help us and it got to such a point over the past few years that over the past three years we had to make a dedicated attempt to study this phenomenon and actually understand where does it come from and what does it do and so that's why it was a delight hearing from Andreas EU Czech etc now you've just heard about this in Germany imagine the same thing is happening in France the same thing has happened in Spain and so we have this phenomenon happening in more or less the same way following the same template as Andreas Kemper described with the IFD happening in other countries that the IFD is now in the European Parliament is an accident it's my understanding that the German Constitutional Court changed the law or reinterpreted the law earlier this year to remove the threshold for being elected to the European Parliament had the same rules applied in this 2014 election as in previous elections maybe IFD would not have been in Parliament so we need to consider that as well so it's a growth of a phenomenon that had the same rules been in maybe we wouldn't be having this discussion or at least not in the same way but over the past 15 years also what we've seen is also a change in the way that the anti-choice the anti-SRHR movement is behaving so that now previously they were not very professional it was very motivated people who had a deep passionate conviction about something usually against abortion and they express that what we see now is professionals working in this field they are lawyers they are politicians and they know how to do politics you put them in the European parliament and they are at home there they know which committees how they work which committees do what and who they need to influence they're also legal experts so that we heard about one of us recent from andres Kemper one of us they collected 1.8 million signatures so already 1.8 million signatures when you have those signatures you also most likely have their email addresses so so it provides a base for further mobilization they collected 1.8 million signatures they had their day in the European Parliament so that they met with two members of the European Commission had to sit there and listen to these extremists advance their point of view about why there should be no EU funding going to destroy human embryos stem cell research and sexual reproductive health and rights in developing countries so they were able to force two leaders in Europe to do this and then they had the decision of the European Commission which is a 17 page document well thought out and well argued and they didn't get the response that they want and now at the end of July they have launched a legal challenge they're taking to court the European Commission the European Parliament and the Council of Ministers I could feel there's something wrong with this but not being a jurist sometimes you can't quite identify exactly what's wrong we had a team of legal experts look at it and they were saying this uses legal words but this has no legal foundation and so already they're able to manufacture this type of work so they're more professional they're more numerous maybe I'll just conclude with taking a look at the European Parliament okay so Andres Kemper mentioned about the AFD and our friend Beatrix von Storck she did not make it all friend some misunderstanding going on here yeah she did not succeed in becoming the chair of the vice chair of the women's affairs committee in return because she was rejected from that post her own political party the European Conservatives and reformists the third biggest party in the European Parliament has appointed her spokesperson for women's affairs so this means that anything related to women's affairs of the third biggest party in the European Parliament will go to Miss Beatrix von Storck and she will establish the party line it's her party members are free to follow this or not but usually that's a position of influence secondly before the European elections one typical thing that usually happens is that there's a lot of different interest groups that go to the different candidates and ask them to pledge or to commit to something saying if I promise if I'm elected to the European Parliament I will support this or I will advance that there were a number of ultra conservative organisations in different countries that had such pre-election pledges and what we've done is we've been able to identify them and we've counted how many members of the European Parliament who did get elected have signed these pledges and it's a bit of concern the biggest political party the European People's Party that's the party where the CDU and CSU sit so the P's from the European People's Party have signed an anti-SRHR pledge from the ECR where the IFD sits that's an even more alarming 33% of that party who have signed some anti-abortion anti-LGBT pledge and finally there's also a specific political party that it corresponds to the evangelical network and mentioned which assembled little little political parties from different countries around Europe and it has been able to secure funding from the European Parliament to function it's called European Christian political movement this party essentially acts as an incubator for anti-SRHR ideas and it is from politicians within that party that we see initiatives against abortion against sexuality education appearing in a number of East European countries among a number of other things it's also from that political family that the anti mosque or the anti minaret initiative in Switzerland came about a number of years ago if you remember but I'll conclude on that thank you thank you very much vielen Dank für diesen interessanten Einblick da beschreibt es werden mehr Initiativen die deutlich besser ausgestattet sind wesentlich professioneller arbeiten und natürlich die modernen Medien auch sehr gut für sich zu nutzen wissen Kirsten Achterlich was ist hier bei uns in Deutschland los und dann auch ein Blick nach Spanien ja danke auch von mir für die Einladung ich bin ganz gespannt auf die Diskussion die wir gleich haben werden und ich bin auch total froh dass das geklappt hat mit der Veranstaltung jetzt so zwei Tage für den Marsch für das Leben um den es ja jetzt auch gehen soll und dieses Wochenende wird es nicht nur wo wir jetzt auf der Europa Ebene auch sind den Marsch für das Leben in Berlin geben sondern auch einen in Zürich das kann ich nicht aussprechen wie das da heißt sowas ähnlich wie Marsch fürs Leben oder so und in Madrid wird es auch eine sehr viel größere Demonstration für das Leben geben wahrscheinlich eher wird es in die Zehn bis Hunderttausende gehen die da aus ganz Spanien angereist kommen aber dazu später erstmal sag ich kurz was zu Berlin zu den Strukturen die das hier organisieren das ist hauptsächlich der Bundesverband Lebensrecht der das in Berlin den Marsch für das Leben organisiert das ist ein Dachverband aus 13 Lebensschutzgruppen darunter die Christdemokraten für das Leben das ist die Lebensschutzorganisation in der CDU also wenn ich Lebensschutz sage immer die Anführungszeichen einfach mit vorstellen sonst kriege ich einen Krampf im Finger wenn ich das jedes Mal machen muss und so Gruppen wie die Europäische Ärzte Organisation zum Beispiel Der Marsch findet in Berlin zum zwölften Mal jetzt dieses Jahr statt seit 2008 machen sie das jedes Jahr 2008 ist auch das Jahr wo die ersten größeren Proteste von feministischen und antifaschistischen Gruppen gab und also der erste Protest wurde sozusagen damit belohnt dass sie jetzt jedes Jahr dann gekommen sind kann man nicht so richtig als Erfolg verbuchen aber und außerdem wächst er halt auch kontinuierlich von circa so 600 Leuten im ersten Jahr also von den Protesten 2008 zu im letzten Jahr so um die circa 4000 das ist eine bundesweite Mobilisierung und teilweise auch eine internationale Mobilisierung also da kommen auch Busse zum Beispiel aus Polen und Rednerinnen aus England oder den USA aber sind schon auch also es sind schon auch sehr viele Leute die da durch Berlin marschieren und man muss sich das vorstellen die haben so Kreuze so Holzkreuze die sahen am Anfang so aus wie so ein wandelnder Friedhof weil da tatsächlich jeder noch so ein weißes ein Meter großes Holzkreuz hatte mittlerweile haben die nicht mehr für jeden ein Kreuz das entspannt so ein bisschen die Optik aber genau also diese Kreuze stehen für die toten Kinder natürlich also für die abgetriebenen Föten da haben sie auch Zahlenspiele das muss ich jetzt vielleicht nicht ausführen was alles nicht so ganz nachweisbar ist was da alles nicht stimmt aber also diese Kreuze stehen halt für ja genau für die abgetriebenen Föten und das Motto ist dieses Jahr das ändert sich immer so ein bisschen ist dieses Jahr jeder Mensch ist gleich wertvoll unabhängig von Eigenschaften und Umständen und ja zum Leben für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie Daran kann man vielleicht sehen dass wenn man sich mit dem Spektrum dieser Abtreibungsgegner Lebensschützer so ein bisschen auskennt dass es eine relativ softe Ausdrucksweise ist also außer vielleicht dieser Euthanasiebegriff ist es für Abtreibungsgegner die gerne Mord benutzen wenn sie von Abtreibung sprechen oder eben auch direkt Abtreibung mit dem Holocaust gleichsetzen ist es eine relativ vorsichtige Ausdrucksweise die halt auch tatsächlich auf meiner und der Analyse von einigen anderen Analyse nach auf so eine Anschlussfähigkeit in die Mitte der Gesellschaft zielt diese gemäßigte und auch tatsächlich auch durch choreografierte auftritt also es gibt ganz wenige auch nur eigene Schilder die die Leute mitbringen sondern hauptsächlich so vorgefertigte die die Leute dann in die Hand gedrückt bekommen wenn es nicht mehr genug Kreuze gibt das bedeutet aber nicht dass die harmlos sind sondern eben eher dass sie taktisch strategisch vorgehen also der Kern von diesen Mobilisierung das bilden schon christlich fundamentalistische Gruppen was wir auch eben schon in der Analyse von Andreas hatten Ultrakatholiken also Katholiken die sehr sehr katholisch sind und Evangelikale und das Ziel ist schon dass sie sich für ein umfassendes Abtreibungsverbot einsetzen sowie für eine sehr traditionelle Geschlechterordnung die nach einer zweigeschlechtlichen Norm funktioniert und mit einer ausschließlich heterosexuellen Orientierung die auch nur in der Ehe ausgelebt werden soll und eben möglichst viele Kinder produzieren soll das ist so das Ziel und die Grundlage wie die denken und was wir auch schon gehört haben diese generalisierte Kulturkritik an Genderismus und an allem was so naja für uns so eher zu den Errungenschaften einer modernen und heutigen Gesellschaft zählt und auch eben wo wir die junge Freiheit vorhin schon angesprochen haben auch da ganz klar Connections hin also die junge Freiheit diese Wochenzeitung hat auch jedes Mal eigentlich so einen Schwerpunkt dieses Jahr ist auch auf der jetzigen Ausgabe so ein Jahr zum Leben wieder drauf mit einer glücklichen Schwangeren die auch mit Sicherheit wieder verteilt werden wird nach dem Marsch für das Leben und ich habe das noch nie gesehen dass jemand die nicht nimmt also die wird dann halt umsonst verteilt und die Leute nehmen die auch alle so das ist ja genau das ist sehr für die junge Freiheit ist es so eine Herzensangelegenheit der Lebensschutz und für die Lebensschützer ist es so deren Hausmagazin auch auf eine Art genau zu den Protesten die haben eben 2008 begonnen mit dem Bündnis 1000 Kreuze in die Spree damals hieß das so die ersten Jahre und dann haben die aufgehört über die Spree zu laufen haben stattdessen angefangen vor dem Bundeskanzlerinnenamt ihre Auftaktkundgebung zu machen und aus diesem Bündnis ist jetzt das Bündnis hervorgegangen was sich What the Fuck nennt eben aus feministischen und antifaschistischen Gruppen die bisher immer zu Störaktionen gegen den Marsch für das Leben aufgerufen haben und eben tatsächlich auch eigentlich die ersten waren die auf das Problem überhaupt aufmerksam gemacht haben die sind schon ein paar Jahre vorher durch Berlins Mitte gezogen aber da hat es niemand so richtig wahrgenommen seit 2012 gibt es auch von einem zivilgesellschaftlichen Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung ausgehende Protestkundgebung am Brandenburger Tor an dem dann die Abtreibungsgegner mit ihrer Demonstration vorbeilaufen und sich dann auch hören und zwei Bündnisse das ist jetzt alles so ein bisschen schwierig glaube ich zusammenzubringen weil das ist so die europäische Ebene und Frankreich und so weiter und jetzt am Samstag wird das nochmal sehr konkret aber ich versuche das nochmal ganz kurz damit wir vielleicht auch was Konkretes zum Diskutieren haben es gibt halt zwei Bündnisse auch aus verschiedenen Gründen also das ist vielleicht auch nochmal interessant wenn man so Gegenstrategien diskutieren will weil es zum einen unterschiedliche Akteure sind das eine sind halt eher so linksradikale queer feministische antifaschistische Gruppen das andere eher zivilgesellschaftliche Akteure NGOs Frauengesundheitsorganisationen aber auch die Parteien grünen Linkspartei haben sich da angeschlossen haben das den Aufruf unterschrieben und verschiedene Aktionsformen eben auch einmal diese Störaktionen zum anderen eben eine angemeldete Kundgebung andere inhaltliche Schwerpunkte das führt ganz schön weit wenn man das jetzt ausführt ja hat aber auch alles miteinander zu tun und auch eben unterschiedliche Zielgruppen also wie man sich das vorstellen kann ist es eine andere Altersgruppe teilweise die anders gesprochen wird und also das eine Bündnis zielt eher so auf eine linke Szene in Berlin und bundesweit und das andere eher auf zivilgesellschaftliche Akteure und ich würde jetzt sagen das schwächt die Proteste nicht unbedingt sondern diversifiziert sie vielleicht und macht auch eben eine breitere Beteiligung möglich und auch eine breitere Mobilisierung wobei man dazu sagen muss dass das Spektrum schon relativ begrenzt ist wir reden bei den Gegen-Demonstrationen Gegen-Kundgeber-Innen Demonstrantinnen eher von einigen hundert bis zu tausend hoffen aber dass sich das dieses Jahr noch ändert weil dieses Jahr wird es ist es so ein bisschen eine breitere Mobilisierung das lasse ich vielleicht ein bisschen weg um ja genau was am 20. passieren wird es wird erstmalig eine Demonstration von diesem What-the-Fuck-Spektrum Bündnis geben die dann versuchen wird die Demonstration der Lebensschützer zu blockieren das ist 11.30 Kochstraße dann von dem Bündnis für Sexuelle Selbststimmung eine Kundgebung 13 Uhr am Brandenburger Tor und wer sich das angucken will live und in Farbe von den Lebensschützern die machen wie gesagt um 13 Uhr ihre Auftaktkundgebung von dem Bundeskanzleramt auch interessant und jetzt noch kurz zu Spanien nämlich also das haben wahrscheinlich alle mitbekommen dass das schon seit Dezember letzten Jahres jetzt mal konkret geworden ist dass sie tatsächlich das liberale Abtreibungsgesetz was es 2010 gibt sehr 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 stark zurückfahren wollen nämlich eigentlich nur noch war der Vorschlag auf eine Erlaubnis bei nach einer angezeigten Vergewaltigung und bei schweren gesundheitlichen Gefahren für die schwangere Frau aber das mussten auch dann zwei hätten zwei Gutachter genehmigen müssen also eine sehr restriktive Regelung die geplant war es hat massive Proteste dagegen gegeben und zwar nicht nur von Feministinnen linksliberalen und so weiter sondern gerade auch und meiner Analyse nach hat das jetzt auch bewirkt dass das wahrscheinlich nicht durchkommt innerhalb der eigenen Partei die das vorgeschlagen hat also der Partido Popular hat die absolute Mehrheit in beiden Kammern die hätten das problemlos verabschieden können und jetzt ist Ende letzter Woche haben sie gesagt sie parken das Gesetz das wird nicht also es ist nicht hundertprozentig offiziell bestätigt aber irgendwelche Quellen aus einem sehr hohen Frühungsgremium haben das durchsickern lassen von daher ist es relativ sicher dass es nicht ins Parlament reingegeben werden wird der Justizminister hat gesagt er überlegt zurückzutreten das ist alles noch in der Mache und es kann auch durchaus sein es ist noch vor dem Verfassungsgericht dann das alte Gesetz wieder geht und es alles nicht gegessen ist aber als also so wo man schon mal feiern kann erstmal ist es allerhöchst wahrscheinlich abgewendet dass es in allernächster Zeit sich so verschlechtert wie das jetzt befürchtet worden war immerhin herzlichen Dank Kirsten Achtelig für den Einblick was hier in Deutschland passiert und wo man sich auch durchaus aktiv beteiligen kann Herr Kemper Sie haben das selber so beschrieben dass es eine basisdemokratische Bewegung durchaus ist am rechten Rand warum ist plötzlich Gender Mainstreaming Streaming genau Mainstream so wichtig so sexy dass es so in Mittelpunkt rücken kann von politischen rechten Gruppierungen ich denke halt das Ganze hat sich ja angebahnt das ist also ich bin zum Beispiel auch Wikipedia Autor und da ist konnte ich das genau beobachten weil da ja auch eine Diskussion war schreiben wir Wikipedia geschlechterneutral oder nehmen wir nur die männliche Form und damals war das als Wikipedia entstanden ist geschlechterneutral nicht geschlechterneutral sondern nur die männliche Form und ich denke das hängt damit zusammen das Gender Mainstreaming hat sich ja durchgesetzt auch institutionell so und das kommt ja auch aus Europa und das sind dann Gegenbewegungen die sich da plötzlich dagegen breit machen und dann auch eine Strategie nutzen die aus den Vereinigten Staaten kommt das ist das sogenannte Anti-PC also Anti-Political Correctness das kommt aus den Vereinigten Staaten wo das wo so eine Umdrehung stattfindet also als George Orwell 1984 geschrieben hat da wollte er die Endpolitisierung der Sprache verhindern das hat er im Fokus gestellt und jetzt wird gesagt Sprachpolizei das ist wir leben schon in George Orwell mit dem ganzen Genderismus und so wir werden alle umgedreht das ist quasi eine Umdrehung und die ist sehr geschickt wenn man sich zum Beispiel Birgit Keller anguckt eine Aktivistin eine antifeministische Aktivistin die tritt auf wie ja wie eine junge Frau die halt belebend ist und die gegen diese spießige gegen den spießigen Feminismus vorgeht gegen den nifigen spießigen Feminismus vorgeht tatsächlich arbeitet sie zusammen mit den Legionären Christi und die Legionäre Christi die haben die haben halt eine eigene Pädagogik mit Heiligenverehrung und Beichte und Heiligenverehrung das ist genau das Gutmenschentum was angegriffen wird bei den Linken und Beichte ist genau dieses Korrektionsverhalten die sie schuldig fühlen müssen was eben auch den Feministinnen angelastet wird das heißt die haben seit 20 Jahren eine Strategie aufgebaut wo so ein Korrektionsverhalten plötzlich emanzipatorischen Bewegungen angelastet wird die ja eigentlich wegkommen wollen von Korrektion die ja eigentlich eine Vielfalt wollen das erklärt das ein Stück weit und Frau Gützler hat uns ja auch was angeboten dass sie gesagt hat dass es natürlich eigentlich um Machterhalt geht es ist klar das hat dann natürlich was zutiefst Chauvinistisches dass die Männer ihre Macht bewahren wollen und trotzdem finde ich das schon bemerkenswert egal wo Gender draufsteht oder sexuelle Vielfalt oder LGBTH reagieren alle sofort in einer Aufgeregtheit und einer Massivität warum kann man sich da so gut drauf einigen auf dieses Feld weil es so greifbar ist ja ich glaube da muss man noch also ich habe das ja gerade auf so einer Erscheinungsebene eigentlich erklärt aber wir haben ja gerade auch eine Wirtschaftskrise und jetzt gerade in dieser Wirtschaftskrise sind privilegierte Schichten die fahren halt die Ellenbogen aus die wollen halt das ist genau die AfD die Ellenbogen fahren die halt nach allen Seiten aus das geht gegen Ausländer das geht gegen Schwulen und Lesben das geht gegen Gender Mainstreaming auch gegen untere Schichten und so weiter und da ist Gender Mainstreaming ist halt ein Teil davon gegen den halt opponiert wird und ich denke das klappt gut mit zum einen mit dieser Wucht der Wirtschaftskrise die das Ganze befeuert auf der einen Seite und eben weil das Ganze auch relativ neu ist also Gender Studies haben wir ja seit ein paar Jahren lässt sich das auch sehr gut angreifen und ich denke die beiden Sachen erklären das sie haben eine gute Strategie und die haben jetzt nochmal die Wirtschaftskrise im Hintergrund mit den ganzen Ängsten die die hervorrufen so würde ich das erklären Nildater Andreas Kemper hat ausgeführt dass vor allen Dingen in relativ reichen Ländern die diese rechten Parteien besonders großen Zuwachs haben haben sie dafür auch eine Erklärung oder schließen sie sich der Erklärung an die Andreas uns gegeben hat wenn wir looked into die anti-abortion movements around Europe we did not find a correlation between affluence of a country and the strength of their movements Western Europe tends to be more wealthy than Eastern Europe but there are active also anti-abortion movements in Eastern Europe but they are different in Eastern Europe we see that it's much more likely to be a combination of associating anti-communism which for them is which does not have the same left-wing connotations and progressive connotations as it does in some West European countries for them it's the oppressive past and then reconnecting with what communism is perceived to have taken away from them national identity and their religious identity and so going back to being a true Lithuanian means reconnecting with that past in Eastern Europe it's part of that in Western Europe I would say also part of the reason why all of this is happening is that the changes that we're talking about especially in terms of gender or LGBT issues it's a very new phenomenon 10 years ago we were not talking seriously about same-sex marriage except in some progressive Nordic countries but it was not an actual subject of debate for mainstream politics anywhere in continental Europe now it is big progress has been made in some countries recently not yet in Germany but still so these are big changes that are happening when these changes happen there will be a certain segment of the society that doesn't like it and a smaller segment that will organize resistance to it when I took a look at the anti-abortion organizations they all have a website you take a look at mission statement our objectives so many of them they describe themselves as having decided to come into being when the abortion law of that country was about to be adopted and they felt a need to organize and create a voice in society that was speaking against this and offer women an alternative to abortion so it's it's a protest movement to to evolutions in society so would you say some changes just happened too fast some I would say not not necessarily too fast I would say sometimes they happened they were not well managed the situation in France is very interesting because same-sex marriage came into France as one of the first actions of the new president so one can wonder with all the things to be doing this thing to come first can pose questions secondly there was also it was the immediate aftermath of the French presidential elections and those French presidential elections were important for two reasons first the UMP the Sarkozy center-right party during the second round of elections had come very close to positions of the national front and that was quite frightening and that's an open thing so it made it legitimate to speak about more really right wing things in the center-right secondly because of the defeat of Sarkozy there was an implosion inside the UMP party so Sarkozy stepped out he promised never to come back but now maybe he will we're waiting in a few weeks but he promised never to come back and then there were two camps within the UMP party Fillon and Copé and they were fighting it out and then there were those elections where one camp tricked the other and won the elections illegally so basically there was a center-right party that was decapitated and it left a lot of room for personal initiative there was no discipline in the party and then finally with them being in opposition with the center-right being in opposition well you're in opposition so you have to oppose something this is the first thing that the new government comes out with it's legitimate to be more center-right there's no discipline and no leadership so you oppose this thing that's coming out from the new government even though within the UMP party they were never really staunchly against same-sex marriage I think it's a convergence of circumstance that led to this and then movements in France and in part also helped by US movements we know that some American groups came to France helped organize the Manifportus took advantage of a very convenient vacuum well only partially I agree with the analysis you just gave about what happened right after the election but I just want to point out that actually the problem we had with the education curricula started before the socialist victory and the very first moment when we had something like that was in 2011 when we had like about 90 parliament members who wrote to the minister of education of that time that was that was a white wing minister and they wrote to him in order to ask him to withdraw some books that were used in school and that used the idea of gender so it's not only about something like the UMP trying to oppose and to find a meaning against the socialist party what won it's something which goes before and it's not only about right and left according to me and it's even more worrying you would say die AfD in Deutschland ist auch so erfolgreich weil sie wie eine Art Staubsauger agiert die nimmt sämtliche Unzufriedenheiten auf in Bereichen die die klassischen Parteien möglicherweise zu sehr vernachlässigt haben auf jeden Fall wo es Bereiche gibt wo weite Teile der Bevölkerung offensichtlich unzufrieden sind dazu kommt dass die AfD sehr geschickt mit den Ressentiments gegenüber politischen Institutionen und Parteien gefügen den etablierten Parteien spielt und darin spielt sie natürlich auch die Vorurteile gegenüber der Europäischen Union sehr geschickt aus welche Rolle spielt dieser Aspekt oder diese Aspekte in Frankreich Yes Es ist nicht gegen die Europäische Union aber auch gegen all international organizations and for instance we had this other hoax according to which the World Health Organization was supposed to support kids masturbation and I think this is something that happened in other countries but for instance in France that was something that was said publicly by one of the most important representatives of the printemps français you mentioned before which is the French spring and who actually said I mean contribute to the spreading of this of this hoax so yeah it's not only European it's everything which is international which is worldwide which is I mean it's it goes back to a very scary tradition I would say this anti globalization anti international movement let's go back to our small country it's matter like that and you have those bizarre forces behind our backs and we we have to resist to that also you have some anti semitism in that and that we heard in France but maybe here too that is for instance those forces are supposed to be manipulated by Jewish movements or people so there is something like that going around Ja, das war auch die Diskussion bei den ersten Protesten und es ist teilweise immer noch bei den Protesten gegen die Abtreibungsgegner. Und man kann zum Teil sagen, ja, das ist wohl so. Also tatsächlich, wenn 2008 nicht die Proteste angefangen hätten, also vorher haben die Zeitungen da nicht drüber geschrieben. So, und dann haben sie angefangen darüber zu schreiben, weil die Proteste so interessant waren. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht machen darf oder soll sogar. Also es gibt ein Problem und es hat ja einen Einfluss. Also wenn die AfD in den Parlamenten sitzt, wenn die in den Fraktionen im Europäischen Parlament sitzt, dann haben die ja einen Einfluss auf Politik und darauf, wie wir leben, wie andere Leute ihr Leben gestalten können. Und dann ist halt die, kann man natürlich sagen, ja, das gibt es immer wieder. Die Partei und jene Partei. Und dann ist es aber genauso, ja, und dann gibt es immer wieder den Protest. Und man macht immer wieder solche Veranstaltungen dann halt zu unterschiedlichen Gruppierungen und zu unterschiedlichen Parteien. Und man muss immer wieder herausarbeiten, was denn jetzt genau das Gefährliche und Problematische daran ist. Und was man am besten dagegen unternimmt. So, und das, genau das machen wir heute Abend. Und das ist das Richtigste, denke ich, was man da machen kann. Stimmen Sie dem zu? Do you agree? I would say that we need to be careful about drawing the line between being vigilant and being afraid. These are groups which have a political agenda and a strategy to influence politics. And if they're successful, these politics would then influence all of us. And these politics would be based on their own personal choices, inspired by their own personal religious beliefs. The fact that they have the room, the space to live out those beliefs as it is, is not sufficient. They wish to see this imposed on the rest of society. So I think simply with that, and that means all of us, simply because of that, we need to be aware and vigilant of what it is that they're doing and what they're aiming for and how they're organizing, so that then we can be prepared. We've already made some losses. Vester Kemper pointed out how we lost the Estrella report on sexual reproductive health and rights. The reason for that is very simple, why we lost it. There was the creation of the Freie Welt here in Germany, Citizen Go, a similar type of website based in Spain in eight languages, La Manif pour Tous website and related things in France. And from one day to the next, the members of the European Parliament, they were doing their job. They knew this was going to be a tricky issue, sexual reproductive health and rights. But from one day to the next, they received 15,000 emails, all of them angry, saying, how are you doing this? All these lies, I've had to give myself two interviews on early childhood masturbation. It's not fun explaining this. All of these emails. And then the members of the European Parliament got scared, and then the vote did not happen. So here we need to be aware of their tactics and warn people, explain this, and actually show where it comes from, so that next time the members of the Parliament who are actually sitting there influencing policies, voting budgets, etc., will not be influenced by extremist marginal groups. Thank you. Sie haben gesagt, drei Prozent ungefähr Katholiken gibt es in Frankreich, Frau Ferreres. Aber diese unglaubliche Aufmerksamkeit, haben die Medien da manches auch überzogen? I don't think so. You really, you could not ignore them. But of course it's not only, I mean, because I started to talk about the Catholics, because it was your questions, but it goes far beyond the Catholics now. I mean, it got out the Catholic circles a few years ago, and it really spread into the non-Catholic rights. For instance, a very strong group right now is UNI. UNI is a right-wing Students' Union. It has nothing to do with the Catholic Church, and now it's really developing a strong action within universities in order to try to avoid the idea of gender and things like that. So it goes way beyond the Catholic Church, and on that I would disagree with what Professor Kampas said. It also somehow mobilized the Muslim community, and not only in a passive way. Of course, the impact was not very strong, but at the local level, you could have some mosquies that had a very strong influence. For instance, this day I mentioned the withdrawal day, and in Strasbourg, where I came from, when the Turkish mosquies was extremely strong in sending SMS to parents who don't speak French, and whose only source of information comes from Turkish medias, and to say, well, you should absolutely take your kid out of the school that day, because who knows what is going to happen. So, of course, it's not big, but it works at the local level. So, I would say that now we have different actors, and this is why there are so many, and this is why I don't think they are exaggerated at all. Thank you. Herr Kemper, let's say, before we open the public, all the parties, but on the Greens, have massive verloren on the AfD. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass nachgerüstet wird in Sachen Antimodernisierungsprogramme, sowohl bei der Friedrich-Ebert-Stiftungs-nahen Partei SPD, die ja auch massiv verliert, Linkspartei, und aber auch natürlich bei der CDU, CSU, also die FDP, naja gut. Also zunächst, es gab immer schon, also es gab seit Merkel in der Regierung, es gibt es innerhalb der CDU eine Opposition, eine konservative Opposition, es gibt die Aktion Linkstrendstoppen, es gibt den Berliner Kreis und es gibt in der CSU gibt es auch einen konservativen Kreis. Von diesen Gruppierungen, Aktion Linkstrendstoppen, wurde damals schon gesagt, es wäre gar nicht schlecht, wenn es rechts von der CDU eine neue Partei gibt, weil dann Merkel dazu gezwungen wird, wieder halt eine rechte Politik zu machen. Also wieder weg von Homo-Ehe und weg von, und wieder für Atomkraftwerke, es geht ja noch weiter, es sind ja ganz viele Punkte, wieder Bundeswehr einführen und so. Ja, Asylpolitik, das ist ja Flüchtlingspolitik, ganz große Felder, die dazugehören. Da gibt es Kräfte und die werden jetzt auch wieder aktiv, wenn jetzt halt davon gesprochen wird, dass es eine Koalition zwischen CDU und AfD geben soll, dann sind das genau der Berliner Kreis oder Konvent für Deutschland, das ist eine andere Gruppierung, die forcieren das und da kann es gut sein, dass es, wenn es bei der CDU weiter einbrechen sollte, dass es dann tatsächlich so einen Rechtsrutsch wieder gibt. Bei der SPD würde ich das erstmal so nicht sehen, weil das nicht eine direkte Konkurrenz ist, da würde ich halt eher, und auch bei den Linken würde ich das nicht so sehen, da denke ich, wäre Aufklärung ganz wichtig, weil ich eben, wenn man sich die Wahlergebnisse jetzt anguckt in Brandenburg und in Thüringen, da haben 19 Prozent der Arbeitnehmerinnen-Schicht, ja hauptsächlich Arbeitnehmer, die AfD gewählt und 14 Prozent der Arbeitslosen und ich denke, die wissen einfach nicht, wen sie da gewählt haben, weil die AfD ist sehr viel neoliberaler noch als die FDP bei ihren Konzepten und da wäre mit Aufklärung viel zu machen, denke ich. Vielen Dank für diese erste Runde. Wir kriegen jetzt einen Input von der Kollegin, die die virtuelle Welt betreut hat. Wie viele haben denn da so wohl zugeschaut? Also es haben viele kommentiert, es wurde auf jeden Fall regel diskutiert, sind viele Fragen auch schon beantwortet worden, jetzt im Laufe der Diskussion, die da aufgetreten sind, zum Beispiel auch, warum Gender irgendwie sofort vehement diskutiert wird, sobald es irgendwie aufkommt. Ich gebe vielleicht mal ein, zwei Fragen rein, die besonders häufig kamen. Ein häufiger Kommentar war, reproduktive Rechte etc., ist es nicht viel zu schwierig für den Otto-Normalverbraucher, diese Wörter überhaupt zu verstehen? Liegt da nicht auch ein Problem? Die Debatte ist generell zu intellektualisiert und ohne Doktortitel kann man da nicht mitreden. Das kam sehr häufig. Eine ganz konkrete Nachfrage kam, die bitte um Antwort auf den Publikum aus dem Podium oder dem Publikum, wie die Situation auf dem Balkan ist. Da gab es ja auch ähnliche Proteste in Kroatien beispielsweise und ob jemand sich dazu auskennt. Und vielleicht noch so ein dritter Kommentar. Es wurde auch über die Medien gesprochen, sowas wie Masturbationseinheiten. Diese Bewegungen, die AfD haben ja ein furchtbares Vokabular. Warum bekommt man in Leitmedien von solcher Propaganda nichts mit? Haben die Medien vielleicht Angst vor einer zu großen Unterstützung der AfD in der Bevölkerung? Das waren so drei Bereiche vielleicht so weit. Ja, ganz herzlichen Dank. Erstmal, Frau Schreinerin, sind wir hierzu intellektuell unterwegs? Ich habe jetzt persönlich keinen Doktortitel. Ich verstehe trotzdem, worum es hier geht. Aber das Vokabular ist in der Tat mithin, wie soll ich mal sagen, es ist auf jeden Fall ein Fachvokabular. Das ist schon, und zum Teil sind die Ebenen der Auseinandersetzung schon sehr theorielastig oder sehr theoretisch. Ja, wobei es ist, also ich glaube tatsächlich, also wenn man sich jetzt über sowas wie Bildungsplan oder so unterhält, dann hat es auch was Trockenes. Andererseits, wenn auch Lebensschützer beispielsweise sich über die genaue Beselung des Fötus unterhalten, dann hat das auch was sehr Spezielles oder über Bibelauslegung. Also es ist ja nicht so, dass die Leute, über die wir eher so als Gegner sprechen, sich nur sehr volkstümlich ausdrücken und wir uns nur sehr akademisch ausdrücken. Ich mache jetzt nochmal die Anwältin des Publikums, was bitteschön ist denn eigentlich Gender Mainstream? Also das ist, ich glaube, es gibt schon viele Termini oder Mainstreaming. Es gibt viele Termini, die Menschen, sicher auch viele Feministinnen, die mittlerweile sehr fachspezifisch unterwegs sind, natürlich einfach benutzen, weil sie permanent damit arbeiten. Aber damit wirklich in eine breite Masse zu gehen, kann schon hinderlich sein. Ja, aber da ist man ja bei diesen Kampf begriffen. Also da ist man, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leute, die Gender Mainstreaming machen, die ganze Zeit von dem Gender Mainstreaming reden, sondern die reden von ganz konkreten Plänen auf ganz vielen Ebenen, was die Gleichstellung von Frauen, was Quote angeht beispielsweise und verschiedenste Programme, das alles unter Gender Mainstreaming zu fassen. Und das ist ja ein Kampfhassbegriff, der aufgebaut wird. So, wenn die Leute sich das anhören, was die Leute, die Gender Mainstreaming betreiben, genauer tun, dann ist das auch verständlich, denke ich. Und reproduktive Rechte ist ja auch relativ einfach zu erklären. Jede Person hat das Recht auf ihren eigenen Körper und da zu entscheiden, was damit passieren soll. Und keiner hat sich da einzumischen, was mit meinem oder dem Körper einer anderen Person passiert. Und genau das ist das, was sie, was diese AfD-Leute, der rechte Flügel davon vorhaben, was die Abtreibungsgegner vorhaben, einzelnen Leuten, Minderheiten oder auch Mehrheiten, Frauen, abzusprechen, dass sie selber entscheiden können, ob sie schwanger werden wollen, ob sie eine Schwangerschaft austragen wollen, welche Verhütungsmittel sie wann nehmen wollen und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist relativ einfach zu verstehen. Gut. Ich merke es mir gleich, die Dame in pink und da hinten die Dame hinten. I would like to pass this question on to you, Neil. Do you have any knowledge about the situation on the Balkan? I can say a few words about the Balkans. It's very anecdotal information, but since there was a question about it. For example, you have the March for Life here in Berlin this weekend. Marches for Life have been spreading throughout Europe over the past decade. And they've grown particularly strong in Romania, where the last reports I heard of last year was that they were organized in Bucharest and also up to 20 other cities in Romania. To be honest, I didn't even know there were 20 cities in Romania. But it's a big widespread movement in that country. There have been attempts to restrict, not restrict abortion, but to introduce crisis pregnancy counseling in Romania as well. Crisis pregnancy counseling is a type of counseling where a woman goes in to ask for an abortion and she's given false or misleading information about abortion. and that the idea was to have this funded by the state. In Bulgaria, there were attacks also on reforms of the sexuality education curriculum. And in Macedonia last year, there were restrictions placed on abortion, which now a woman has to go through a counseling session and must undergo an ultrasound before accessing the procedure. And in Croatia, this is more on LGBT, one group organized a petition which gathered about 75,000 signatures in Croatia. This was enough to reach a threshold where then the government must organize a constitutional referendum. So they had to organize one on whether to ban or not grant same-sex marriage. And naturally, this constitutional revision passed. Very interesting. Thank you so much. Jetzt habe ich Sie ans Mikrofon gebeten, jetzt ist da gar keins drin. Wenn Sie uns kurz sagen, wer Sie sind, wenn Sie mögen. Und dann, genau, super. Vielen Dank. Mein Name ist Edith Nihus. Ich war 16 Jahre SPD-Bundestagsabgeordnete und bei mir kribbelte es, als das mit Gender Mainstreaming hier losging und eigentlich nicht beantwortet wurde, warum diese rechte Schiene Gender Mainstreaming so im Vordergrund hat. Einmal, ich habe sehr stark dafür gesorgt, als parlamentarische Staatssekretärin, dass Gender Mainstreaming in die Geschäftsordnung der Bundesregierung eingegangen ist. Und, oh ja, das tut gut, ja. Dann machen wir mit. Wunderbar. Nein, es war nämlich schwer, und jetzt komme ich erstmal zu dem Englischen. In dem Moment, wo alle über Benchmarking und alles Mögliche geredet hatten und das ganz normal fanden, kamen wir mit unserem Gender Mainstreaming und plötzlich konnte niemand mehr Englisch. Und, was soll denn das Wort, versteht doch keiner und so was. Also genau dieses Englische an der Stelle spielte eine Rolle und nicht, wie gesagt, bei den wirtschaftspolitischen Begriffen, die alle Englisch waren. Also vielleicht hat das doch das Englische, das Fremde, eine Bedeutung. Aber was, glaube ich, viel wichtiger ist, ist, dass ja Gender, die Feministen wollten ja Gender Mainstreaming gar nicht. Darum ist es schon richtig ein Witz der Geschichte. Weil die Angst hatten, dass, wenn man Gender Mainstreaming, Gender, männliches Gender und weibliches Gender anguckt, der Feminismus nicht mehr im Vordergrund steht. Also die hatten diese Angst. Ich glaube, das wissen die Rechten gar nicht, worum es hier geht. Und was ist das Problematische an Gender? Es ist eben nicht das biologische Geschlecht, sondern das soziale Geschlecht. Das heißt, wenn man von Gender redet, dann geht man davon aus, dass in der Sozialisation etwas männlich oder weiblich verstärkt werden oder was auch immer kann und das nicht biologisch festgelegt ist. Und daran müssen sich die Rechten in der Tat die Zähne ausbeißen. Vielen Dank. Vielleicht können wir da nachher auch in der Abschlussrunde durchaus noch mal drauf eingehen und vielleicht die Frage noch mal aufgreifen, warum das so viel Schlagkraft hat, diese Begriffe und überhaupt das ganze Thema sexuelle Erziehung und so weiter. Aber jetzt bitte ich die Dame hinten ans Mikrofon. Ja, hallo. Also ich bleibe mal sitzen. Ich bin es nicht gewöhnt, so öffentlich zu reden. Es brennt mir aber unter den Nägeln. Es sind einige Punkte zusammengekommen, die möchte ich jetzt einfach erst mal schnell zusammenfassen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir alle sehr aufmerksam sein müssen für das, was aktuell passiert. Es ist aus meiner Sicht nicht weit genug verbreitet und wird nicht weit genug publiziert in den Medien. Dazu zähle ich sämtliche Medien. Ich denke, dass viele politische Parteien da auch noch nicht so richtig Gesicht zeigen. Und das ist, denke ich, der Begriff, den ich wählen möchte, dass wir alle Gesicht zeigen müssen, um wirklich zu zeigen, so geht es eigentlich nicht. Diese Bewegung, über die wir heute reden, die findet statt. Und wir nehmen es eigentlich noch nicht so richtig wahr. Dazu zähle ich mich selbst genauso. Dann möchte ich zum Thema Mobilisierung und Gegenbewegung sprechen. Und der Punkt Begrifflichkeiten, Wortwahl, ist aus meiner Sicht extrem wichtig, um zu kommunizieren, um sich verständlich zu machen. Das ist aus meiner Sicht, alleine jetzt hier mit dieser Podiumsdiskussion und in der Form wie die Begrifflichkeiten reproduktive Rechte, Gender Mainstreaming oder auch die Gegenbewegung Marsch gegen das Leben oder für das Leben, wie da reagiert wird. Das wird nicht gut genug kommuniziert. Dazu möchte ich jetzt erst mal einen Vorschlag machen, reproduktive Rechte, die zwar hier in dieser Runde verständlich sind, anders auszudrücken. Ich denke, die Reaktion von Frau Achterlich, als sie gefragt wurde, ja, was ist denn nun mit diesem Begriff, hat gezeigt, dass die Erklärung dazu ein bisschen kompliziert war. Ich würde gerne dem Begriff das Recht auf Abtreibung dagegen stellen. Das, denke ich, ist viel verständlicher und kürzer und erklärt eigentlich schon, worum es ja doch aus meiner Sicht, denke ich, geht. Zweitens, ich bin so ein bisschen aufgeschreckt bei dem Begriff What the Fuck. Nun ist das ein englischer Begriff, der bedeutet übersetzt, es macht nichts. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man am Samstag auch zu dieser Gegenbewegung geht und dort auch Gesicht zeigt. Nun, mich persönlich schreckt dieser Begriff What the Fuck ab. Ich würde mir da einen anderen Begriff wünschen, damit man einfach auch viel mehr Leute, ich sage jetzt einfach mal, normale Leute, ja, normale Leute auch auf die Straße kriegt, um auch uns im Prinzip zu mobilisieren. Und ich denke, so ein Begriff wie What the Fuck ist da eher so ein bisschen abschreckend. Ja, das war eigentlich alles. Ganz, ganz herzlichen Dank. Frau Achtelig, wollen Sie da gleich darauf antworten? Ja, vielleicht kurz. Macht das was? Ja. Naja, also mit dem Recht auf Abtreibung, das ist ja sozusagen in den reproduktiven Rechten drin, aber eben alle möglichen anderen Rechte nicht. Und von daher ist das halt so ein bisschen zu kurz gesprungen. Also das kann man, also das kommt immer auf den Kontext an und ich würde es auch immer sagen, natürlich bin ich für das Recht auf Abtreibung, aber was ist mit dem Recht, die Verhütungsmittel selbst auszusuchen, mit dem Recht auf Sexualerziehung und so weiter. Das ist halt in den Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, in den reproduktiven Rechten drin, aber nicht in dem Recht auf Abtreibung. Von daher ist es kontextabhängig, wie weit man die Diskussion treibt und wann man welche Begrifflichkeit verwendet. Und dass das Bündnis What the Fuck heißt, da kann ich leider nichts dafür. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig glücklich damit, aber das hilft jetzt auch nicht so viel, das mit mir zu diskutieren. Und das ist einfach auch eine Demonstration, wo man hingehen kann, die auch mit dem Fuck im Namen nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Und man kann sich das wohlwollend anschauen und dann würde ich hoffen, dass sie dann nicht mehr so abgeschreckt sind. Herr Kemper. Ja, zu den reproduktiven Rechten. Also mir ist dieser Begriff, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich auch, was soll das, das ist nicht so kompliziert. Und als ich mich jetzt mit der AfD befasst habe und mit Frauke Petry und jetzt gelesen habe, wie sehr Frauke Petry darauf dringt, dass Familienpolitik Bevölkerungspolitik ist, da wird der Begriff reproduktive Rechte plötzlich klar. Weil es geht darum, dass man sich nicht definiert über eine Bevölkerungspolitik. Man ist nicht plötzlich als Deutscher gezwungen, jetzt Kinder kriegen zu müssen oder als gutverdiener Deutscher nicht gezwungen, Kinder kriegen zu müssen. Man soll auch nicht keine Kinder kriegen dürfen, wenn man zur Unterschicht gehört. Also das drückt auch reproduktive Rechte aus. Abtreibung ebenso. Aber wir haben seit ein paar Jahren, seit Thilo Sarrazin, also vorher schon, seit 2005, eine Debatte in Deutschland, dass die Falschen die Kinder kriegen und dass Deutschland nicht nur ausstirbt, sondern dass in Deutschland die Falschen die Kinder kriegen. Und Thilo Sarrazin hat es nochmal auf den Punkt gebracht. Und da ist dieser Begriff reproduktive Rechte eben auch wichtig, dass man nicht, man ist ein Mensch, man hat Menschenrechte und reproduktive Rechte ist ein Menschenrecht und das richtet sich auch dagegen, dass man eben Kinder kriegen muss oder keine Kinder kriegen darf. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns wirklich, das finde ich auch sehr schön in Ihrer Ausführung, vergegenwärtigen, dass es da tatsächlich um Bevölkerungspolitik geht. Also das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Und vielleicht sollte man das dann einfach manchmal auch erklären, solche Begrifflichkeiten, selbst wenn man sie ganz oft benutzt, damit man das dann einfach ja in einem größeren Publikum, was sich erstmalig vielleicht auch damit beschäftigt, dann leichter zugänglich macht. Vielen Dank. Hinten eine weitere Frage. Ja, also Stefan heißt, ich beschäftige mich auch schon seit 20 Jahren mit diesen Themenkomplexen, sei es neue Rechte, sei es anti-emanzipatorische Gruppen wie halt Religion, Kritik etc. Dementsprechend, Andreas hat es in seinem Büchlein oder in der Studie auch geschrieben, die AfD ist nicht vom Himmel gefallen. Da gibt es Vorfeldstrukturen, angefangen Bund, freier Bürger bis zu diesem Konvent etc. Es gibt Strukturen hier in der Stadt, wo ich darauf eingehen werde, weil das wurde ja überhaupt nicht thematisiert, dass die alle hier sitzen und zwar Seite an Seite. Alle Strukturen von der von Storch, die ganzen Vereine, Andreas hat das immer nur Webseiten genannt, das ist der andere Aspekt. Ich mache erstmal den ersten Aspekt. Wir haben hier eine Multimedia-Show mit Internetanbindung, finde es aber problematisch, wenn Andreas flapsig von Spam-Mails spricht, weil es wurde ja von den anderen deutlich gemacht, es sind Massen-Mails und die sind auch nicht irgendwie Spam mit wirrem Inhalt, sondern sie sind mit Inhalt, der auch Effekte erzielt. Dementsprechend ist der Spam-Begriff, den Andreas immer benutzt hat, unpassend. Und sie haben nicht Webseiten, sie haben Blogs, sie haben Facebook-Portale. Der nächste Aufmarsch in Stuttgart ist im Oktober. Man kann sich das alles angucken. Das Problem ist, es gibt viel zu wenig Monitoring, es gibt viel zu wenig, nur ein paar Leute wie Kirsten und Andreas, die sich daran mit beschäftigen. Und dann gibt es aber deshalb, es gibt Leute, die hier vorne auch sitzen, die ein gutes Buch geschrieben haben, letztens auch vorgestellt haben. Das heißt, Deutschland treibt sich ab, organisierter Lebensschutz, christlicher Fundamentalismus, Antifeminismus. Da wird gerade im Unrestverlag 80 Seiten, die deutsche Lebensschützer-Szene akribisch dargestellt, analysiert inhaltlich, die Hauptprotagonisten. Was aber auch fehlt, ist nicht nur, dass sie halt hier, Kaleb und der Bundesverband Lebensrecht, Verberliner Straße, Ecke Schönhauser, ihr Zentralsitz haben, sondern alle Vereine von Storch haben um die Ecke in der Zehundskirchstraße selbst ihren Ort. Das ist alles fokussiert in Prenzlauer Berg, da kann man Demonstrationen machen, die Nachbarn aufklären etc. Und die andere Struktur rund um die junge Freiheit, die auch zu wenig bedacht wird, das ist die Bibliothek des Konservatismus, direkt neben der Börse, wo die AfD-Führer eingehen, wo die alte intellektuelle Rechte auftritt, wo letztens Stefan Scheil einen Geschichtsrevisionist, der bis zum Holocaust-Leugnung geht, aufgetreten ist, ein Anti-Antifaschist, demnächst tritt der Bosbach auf, die Vera Lengsfeld ist als Dauergast und so weiter. Direkt neben der Börse, die sind etabliert, die waren sogar letztens beim Nangen nach der Bibliotheken, gab es noch einen kleinen Aufwahl. Das sind solche Probleme, die Strukturen sind da, es gibt eine kleine Nischenszene, die sich damit beschäftigt, die intellektuelle Rechte, Dieter Stein, der jetzt wegkommt von diesem neue Rechtebegriff zu rechtskonservativ, und das ist der Aspekt, jetzt die Sache ist die, was ich gesagt habe, der Medien, dass ihr genauer gucken müsst, wir genauer gucken müssen, wie die diese Kampagnen machen und das mit diesen ganzen Organisierungen, mit diesen Mail-Sachen, dass wir diese Mediensache auch mehr analysieren und nicht nur von Spam-Mails reden und Webseiten, sondern uns genau angucken, was sie da medial, strukturell aufgebaut haben, wie sie funktionieren, dann können wir sie auch viel besser analysieren und auch entzaubern und sagen, wir müssen, also die Parlamentarierin, dass da nicht auf so eine Massenmail-Aktion immer reagiert werden muss, dass jetzt noch massenhaft Leute eingestellt werden, die jetzt auch jede Mail beantworten, sondern dass man, was Horx genannt worden ist, das ist auch dieses Fremdwort, wo ich immer gedacht habe, wer kennt denn hier im Raum Horx? Also ich habe mal vor Jahren schon danach gegoogelt, das ist ein Fachbegriff, den hätte man kurz erwähnt können. Gut, ich glaube, es ist angekommen, Ihr Punkt einfach da mit einer ganz großen Aufmerksamkeit und auch Sorgfalt sozusagen, sich die Entwicklung anzugucken. Ein Satz noch? Andreas hat Linkstrendstoppen genannt und diese Struktur, dieser Rechtsaußen-CDUler, die hatten einen großen Konferenz, einer der führenden Personen bei Linkstrendstoppen ist in der Sängerschaft Borussia und das ist die Sängerschaft vom Innensenator Berlins, von Herrn Henkel. Das ist Herr Henkel, Herr Henkels Burschenschaft, dort trifft sich Linkstrendstoppen, dort trifft sich diese Abtreibungsmacht, die sind halt viel näher dran, als es viele denken und wahrhaben wollen und das muss einfach auch mal genannt werden. Unbedingt, vielen Dank, da sitzt viel Kompetenz. Nachher beim Glas Orangensaft kann man sich sicher mit Ihnen auch noch Tipps abholen, wo man am besten die nächste Demo-Route verlaufen lässt. Vielen Dank, da war noch eine Wortmeldung. Herr da vorne, die Dame in eine zweite andere Seite, die drei stimmt, aber die... Ach so, das war in... Also so, okay, alles klar. Gut, dann bitte. Okay, ich heiße Johannes Super, ich komme tatsächlich aus der Schweiz, also ich kenne auch unsere Lebensstütze aus der Schweiz. Wie spricht man das jetzt aus? Mach fürs Leben. Aber vielleicht hört ihr es, ich bin da hingezogen. Was ich ehrlich gesagt sagen wollte, Deutschland kenne ich auch, ich glaube, dass ja der Frauke Gützko von der GEW wirklich, wirklich, dass der Gewerkschaft GEW das Thema ein wichtiges Anliegen ist. Aber wenn wir uns klar machen, dass wir von ein paar hundert Leuten sprechen, die hier auf der Gegendemonstration sind zum Marsch fürs Leben. Also der Deutsche Gewerkschaftsbund hat ja dann schon noch ein paar mehr Mitglieder. Und ich glaube, wenn wir die stoppen wollen, und das ist durchaus möglich, ich meine, das ist auch geschafft worden beim Dortmunder Nazi-Aufmarsch, nicht von 20.000 Antifaschisten. Aber wenn das möglich werden soll, dann bräuchte man schon die Hilfe von solchen riesigen Massenorganisationen wie den Gewerkschaften. Und da denke ich, ist noch eine Masse von Potenzial, das man mobilisieren könnte. Frau Gützko, das nehmen Sie als Anregung mit, mal eine schöne Spam-Mail an die Mitglieder verschicken, dass Sie doch bitte schön. Nee, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz groß, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Weil natürlich, das haben wir ja heute Abend auch gehört, aus den verschiedenen Weltregionen, die sind gut organisiert. Und die sind auch nicht so ausdifferenziert, mit hier ein bisschen ganz links und hier ein bisschen mittel links und dann so, kennen wir ja alles aus unseren deutschen feministischen Linken-Zusammenhängen. Die haben ein Ziel und darauf verständigen sie sich. Und das ist sicher was, was wir auch so ausmachen müssen. Und vielleicht kann so ein Abend wie heute Abend uns das auch noch mal vor Augen führen. Herzlichen Dank für die Anregung. Gibt es noch weitere Fragen ans Podium? Sonst würde ich gerne noch mal einmal die Frage selber aufnehmen, die ich vorhin schon mal gestellt habe. Warum ist es derzeit so einfach mit den Themen Familienpolitik, Sozialkunde, wegen mir auch Gender Mainstream, Politik zu machen? Neil, do you want to start? Noch mal als Abschluss, weil es sollte ja hier heute Abend um Geschlecht und Gender gehen. Well, I think because it is easy for politicians to raise the issue of gender, social issues, family, because there are issues that touch directly upon citizens' daily lives. So I think that's one way to connect with citizens in their daily lives. It also gives them the opportunity to talk about something constructive. Because for the past four years, you can talk about this and at least as a way of engaging in a dialogue with your electors. And it also, at the same time, you avoid talking about austerity and economics and things like this where there the message is much, much less positive about what you have to give. and then maybe just to conclude on this, what we've seen is on the ultra-conservative side, a fusion of economically very harsh messages with socially very conservative messages and as Estelle and as Estelle was pointing out, a very skeptical outlook towards anything coming from beyond the borders. And that has fusioned into a very dark movement that we see appearing in different countries around Europe, which is, which as I said, we don't need to be afraid, but we need to be vigilant about this. And then finally, maybe just one thing, I've been burning to say this most of the time, it seems to me that on our side we're a little bit confused as to why is it that the anti-abortion or the socially ultra-conservative, why are they attacking LGBT and gender and abortion and contraception? What's the link between that? Because for us there's separate things. If we take a look again at these anti-choice groups, they do have a certain philosophy. Usually they support three things. The first of them is life. Life from the moment of conception until natural death. So this means that they're against abortion, against euthanasia, against certain types of contraception. Secondly, they support family. They're a traditional family. Father, mother, two kids. And normal roles, traditional gender roles there. And that's why they're against gender. They're against sexuality education. They're against assisted procreation. And they're against same-sex marriage because all of those attack those things. And then finally, a third point, which is important for us to recall, which hasn't been discussed so much tonight, that's religious freedom. For them, they want to have the freedom to live their own religion the way they see fit, which is what we all want. But the way that they interpret this is that they should have the freedom to be able to derogate from certain legislation, for example, for example, in equality or other areas as an expression of their religion. One example is that now a number of groups are asking for gynecologists to not only be able to not perform an abortion for reason of conscientious objection, which is fine. You know, you don't want to have an abortion by a doctor who doesn't want to give one. So that's fine. But they want to extend this definition to include that the doctor does not have to declare that he or she is a conscientious objector and does not have to provide a referral to a woman seeking an abortion, that then one is becoming complicit with the act of abortion. So there's a very expansive definition of religious freedom, which is almost to the point of asking for a religious right to discriminate and to derogate from equality legislation. Vielen Dank. Das könnte sicher eine Folgeveranstaltung sein, sich mit den Religionen und den Einflüssen auf unsere Gesellschaften zu beschäftigen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für den spannenden Abend. Ich glaube, wir haben wirklich gemerkt, ein Thema, was man überhaupt nicht überschätzen kann, wo aber höchste Sorgfalt geboten ist, damit man sozusagen auch nicht sich Plattitüden hingibt und Dinge dadurch noch größer macht. Und ganz wichtig zu gucken, wirklich auch, wie die sich auf europäische und ich würde sogar ergänzen, auf weltweiter Ebene vernetzen und da spielen natürlich die Vereinigten Staaten mit den Evangelikalen, die zum Teil sehr, sehr reich sind. Einige von denen leben hier auch in Potsdam am See, sind jetzt die Deutschen. Welchen Einfluss sie nehmen in den Parlamenten, bis in die Parlamente rein. Herzlichen Dank an Kirsten Achtelig, die Aktivistin. Toll, dass Sie da waren, toll, dass du da warst. Estelle Parerest, schön, dass Sie den Weg hier nach Berlin gefunden haben. Neil Data, der Geschäftsführer aus Europa, ganz wichtige Einblicke. Und Herr Kemper, machen Sie Ihre Studie schnell fertig, damit wir sie dann auch ganz bald lesen können. Ganz toller Input heute Abend. Herzlichen Dank. Applaus 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 мн Vielen Dank.